Vorwort aus Bauern ABC. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Bauern ABC von Franz Graf von Pocky. Vorwort. Nicht als ob ihr Bauern das ABC nicht schon von Haus aus kenntet, denn ihr versteht's oft besser aus dem FF als die Studierten, hab ich das Büchlein also benannt, sondern vielmehr darum, weil denn doch alle Dinge in der Welt mit einem Buchstaben anfangen und einem, so man das ABC durchgeht, bei manchen Buchstaben ein gescheites Wörtlein einfällt. Auch darum, weil es in der Welt, wenn alles sozusagen ABC-mäßig richtig herginge, das heißt, in Ordnung und Regelrecht, gerad nicht schlecht stünde, item, weil unser lieber Herr Gott selber sagt, ich bin das Alpha und das Omega, so viel als wie bei mir und in mir ist das A und das Z, nämlich der Inbegriff von allem und allem. Weil nun hie und da einer von euch im Winter des Abends ein Buch zur Hand nimmt und den anderen, sei's Bäuerin, Kindern, Knecht oder Dirn, was vorliest, während die Weibeten spinnen und die Burschen am Licht zündeln, dabei auch ein Pfeifel rauchen, wenn der Hausvater nichts dagegen hat, oder gar auf der Ofenbank herumflacken und schnarchen, dass das Vieh im Stalle an den Ketten rasseln möchte vor Furcht und Schrecken, darum und zu diesem Zwecke hab ich das Büchlein verfasst. Nicht etwan aber hochmütig, denn ich weiß recht wohl, dass ihr Besseres zu lesen habt. Ihr dürft nur in euer Kastel greifen, das zumeist unter dem Kruzifix in der Stubenecke an der Wand ist, da habt ihr wohl das Alte und Neue Testament und eine schöne Heiligenlegende oder sonst ein frommes Buch. Mein Büchel will bescheidentlich nur in die Hand genommen sein, wenn ihr nichts Besseres habt und der Abwechslung halber. So mögt ihr denn mannig mal drinnen herumblättern und einen Buchstaben herauslesen. Und da doch ein jeder, wie ich schon eingangs gesagt, das ABC wohl kann, so mag ihm denn, wenn ihm auf dem Feld oder bei der Holzarbeit im Walde ein Buchstab in den Sinn kommt, auch manches beifallen, was in dem Kapitel desselbigen Buchstaben erzählt ist. Sind wir doch alle, jung und alt, ABC schützen und haben nie ausgelernt, solange wir auf Erden sind. Zu Neujahr 1856 Der Verfasser Ende von Vorwort Abschnitt 1 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Bauern ABC von Franz Graf von Pocki Arbeit hat der Bauer grad genug, das weiß ein jeder selbst. Pflügen, säen, dreschen, mähen, auf dem Feld und in dem Haus geht die Arbeit niemals aus. Die Bauernarbeit ist aber das älteste Gewerb auf der Erde, denn der erste Bauer ist eigentlich schon Vater Adam gewesen, nachdem er aus dem Paradiese vertrieben war und unser lieber Herrgott zu ihm gesagt hatte, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Auf die Schranne ist er freilich noch nicht gefahren, und ist das Getreid von der Hand in den Mund gegangen und hat darum auch, Gott sei Dank, noch keine Wucherer gegeben. Wenn nun aber so mancher Bauer über die Arbeit klagen möchte oder meint, dass ihm vor allem der Schweiß übers Gesicht dringt und etliche hier und da die vornehmen Ökonomen spielen und lieber vom Kuckfensterl aus wie die sogenannten Haarbeutelbauern ihr Anwesen versehen möchten, so heißt das den Bauernstand wenig in Ehren halten und ist ein grober Irrtum, als ob die anderen Leute, wenn sie nicht gerade Faulenzer von Haus aus sind, nicht auch ihr Brot im Schweiß ihres Angesichts verdienen müssten, vom untersten Schreiber bis zum König hinauf, dem gar die ganze Last und Verantwortung des Regierens auf dem Herzen liegt und der wohl mehr Sorgen und Kümmerndes haben mag, als alle Bauern zusammen im ganzen Land, die hinterm Flug schwitzen, sich aber sorgenfrei ins Bett legen und ist einem jeden Menschen Arbeit auferlegt nach seinem Maße, wie der weise Salomo spricht. Ja, sogar die Menschen, welche man um ihren großen Reichtum beneidet, haben die meiste Sorg und stehen Angst und Not aus, ob nicht irgendein Falliment oder eine Staatsoperation sie in einem Hui um all das Irige bringt. Und von wegen der Arbeit ist vom Schöpfer schon die ganze Natur darauf eingerichtet. Die Elemente müssen arbeiten, Feuer, Wasser, Luft und Erde und alles, was da lebt und weht. Tragen ja doch die Vögel, von denen man glauben sollte, sie seien nur die faulen Musikanten, wie Hornisten, die von einem Wirtshaus ins andere sehen, den Waldsamen hin und her und verwundert sich dieweil einer, dass irgendwo ein junges Bäumlein so mir und dir nichts aufschießt und wenn man oft glaubt, es sei ein Tier schädlich, ist's oft nicht wahr, weil's wieder andere bekämpft, die mehr Schaden tun. Kurz, es geht alles Hand in Hand auf der Erde, sodass wir die Weisheit Gottes in seinen Anordnungen nicht genug bewundern und Lob preisen können. Ihr könnt also nichts Gescheiteres tun, als dass ihr eure Buben und Mädeln tüchtig zur Arbeit anhaltet. Die Arbeit macht ein fröhlich Herz und man bleibt gesund dabei. Am meisten Doktor und Medikamente bedürfen die Leute, welche in Verhältnissen sind, gar nichts arbeiten zu müssen. Nun hoffen wir, dass solche aber ihren Beutel fleißig auftun und den Armen geben, dann haben sie auch was getan. Die Armut gehört auch ins A-Kapitel. Es muss aber Arme und Reiche, Niedere und Vornehmer auf der Welt geben, denn die sogenannte gleiche Austeilung könnte nicht einen Tag, ja nicht eine Stunde bestehen, wenn nicht alles Gewerb, aller Erwerb, somit überhaupt alle Tätigkeit der Menschen aufhören soll. Und da haben wir wieder in der Schöpfung Gottes das schönste Beispiel von der großen und notwendigen Verschiedenheit der Geschöpfe. Denn wie säß denn aus, wenn sich die Maus beschweren wollte, warum sie nicht ein vornehmens Pferd sei? Oder alle Wacholderstauden lauter schöne Eichen oder Buchen sein möchten? Kurz, alles ist so, wie es sein soll. Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 aus Bauern-ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Bauern-ABC von Franz Graf von Pocki Auf das A kommt das B und nicht weit von der Armut sollte gleich die Barmherzigkeit stehen. Aber damit sieht es oft nicht am besten aus. Denn wenn gleich unser Herr und Heiland gar deutlich gesagt hat, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist, so denken doch die meisten zuerst an sich und lang hernach erst an die anderen oder auch gar nicht. Die Barmherzigkeit ist wie ein gar großer, weiter Acker, auf dem ihr viel Körnlein, groß und klein, dick und dünn aussehen könnt und gehen die Engel auf solchen Feldern auf und nieder, pflegen den Samen, den ihr ausgestreut, gar wohl, damit die Pflanzen hoch aufwachsen und mit ihren glänzenden Blumenkronen süß duftend bis in den Himmel hinaufreichen. Sollte man doch meinen, dass jedes menschliche Gemüt der Barmherzigkeit geneigt sei, aber es ist leider dem nicht so und die Habsucht und Selbstsucht treten oft mit dem Erzfeinde, dem Neid in Kompanie, bis das ganze Menschenherz an den Satanas verschachert ist. Allwo noch auf dem Lande der schöne Brauch nach altem Herkommen ganz umgeb ist, dass kein Armer von der Haustüre ohne einen Pfennig oder ein Stück Brot weggeht, da hat's wohl noch gute Wege, denn der geringe Pfennig wird dort oben gleich auf Interesse gelegt und wenn ihr einmal hinaufkommt, werdet ihr staunen, was für ein unvergänglicher, herrlicher Schatz euch bereitet wurde, um auf der Waage vor der Gerechtigkeit ein Gewicht für euer Seelenheil abzugeben. So ein Vergelt's Gott, das euch ein Armer zum Dank sagt, wiegt gar schwer in den Augen Gottes. Oh, lasst doch nicht leicht einen Unbeschenkt von euch weggehen und wer euch bittet, dem gebt. Fällt mir bei dieser Gelegenheit ein altes Geschichtlein ein, das ich hierher setzen will, beiläufig, wie es vor ein paar hundert Jahren niedergeschrieben worden. Barmherzigkeit ist ein kostbarer Kleinod, so einer bei sich tragen mag Allweg und Steg. Ritt einmal ein edler Ritter von seiner Burg herab, will ins einen lieben Nachbarheim zu suchen, um mit selben Jagens zu gehen. Allwie er durch den Wald reitet, wo er sich gar sehr an dem hellen Schein der Waldblümlein erfreut und an dem fröhlichen Sankt der Vöglein so in großer Anzahl auf den Zweigen ruhen oder ihm über dem Haupte schweben, sitzt ein alter Mann, am Leibe schier nackend unter einer Linde und hebt also an. Viel edler Ritter, seht mich hungrig und bloß dasitzen, bitt euch um euer Mäntelein, damit ich mich zudecken kann, worauf ihm der Ritter gern das Mäntelein schenkte. Fährt aber der Arme weiter fort und spricht, ach edler Herr, das Tuch deckt mich nur halb zu, schenkt mir auch euer Bams und Hosen. Kann sich der Ritter der Barmherzigkeit nicht erwehren und reicht ihm auch das mildtätig hin, worauf der Alte sagt, dank euch darum, möcht aber auch um Gotteslieb euer Barrett verlangen, die weil mein Haupt des Haares entbehrt und mich die Sammenstrahlen brennen. Auch das gewährt der Ritter und immer mehr und mehr auf Andringen des Bettlers, bis er selbsten im Linnenhemdlein und barfuß auf dem Rost sitzt, sein gutes Schwert an der Seite, muss schier selbsten über seine Figura lachen und denkt sich, werd weiter nit zum Gespött in die Burg meines Freundes einziehen, willst aber dem Herrn opfern. Glaubt nun, für Bass reiten zu können, da will aber der Bettelmann gar noch das Linnenhemdlein begehren, worüber der Ritter Bass unwirsch wird und ihn mit harten Worten von sich weist und seines Weges weiter reitet. Fehlt auch nit, dass auf der Burg dann viel Gelächter und Kurzweil getrieben wird, da der edle Herr hoch zu Ross im Hemdlein einreitet, tut aber selbst mit und legt sich alles nach dem Abendtrunk vergnügt zu Bett. Wie aber der Ritter eingeschlafen, hat er ein wunderbar Traumgesicht gehabt, all wo ihm unser Herr und Heiland in großem Hindensglanze erschienen ist, selbernd angetan mit Allgewand und Hab, so der Ritter im Walde dem Bettler geschenkt und ließ sich das Herrn Stimme also vernehmen. Was du dem Armen getan, das hast du mir getan und dein Lieb und Barmherzigkeit wird dir an mir vergolden sein. Da rubt denn der Ritter gar schnell erwachten, auf die Knie hinfällt und spricht. O mein Herr und Heiland, wie geräut mich, dass ich dir nit auch das Linnenhemd eingegeben hab. Und war von nun an des Ritters Barmherzigkeit noch größer als vor dem, obgleich er allweil den Armen viel Guts erwiesen hatte. Er konnte aber des Gebens nit satt werden und ist ihm dabei der Segen an Hab und Gut nie ausgegangen, bis er endlich sanft und freudig im Herrn entschlafen ist. Aber nicht gegen unsere Nebenmenschen allein, sondern auch gegen die Tiere sollen wir barmherzig sein. Es ist wohl eine Schande für die Menschheit, die doch im Christentum aufgewachsen und erzogen ist, dass man der sogenannten Vereine gegen Tierquälerei zu bedürfen scheint, damit der Grausamkeit Einheit getan werde, die man gegen die armen Geschöpfe verübt, welche der Schöpfer uns zu Dienst und Nahrung bestimmt hat. Sollte man doch meinen, an jeder Christ wisse es hinlänglich, dass die Tierquälerei eine grobe Sünde sei gegen den Schöpfer selbst. Wie oft Pferde oder andere Zugtiere aufs Grausamste misshandelt werden, wenn sie nicht sogar das leisten, was sie nicht zu leisten vermögen. Das kann man leider nicht selten und auf allen Landstraßen sehen oder auch auf Feldern und in Wäldern. So ein Seufzer oder Schrei eines gequälten Tieres ist aber ein Ruf, der bis zu dem lieben Gott im Himmel hinaufhalt und weh denen, die dergleichen veranlasst haben. Ja, sogar die armen Tiere werden bisweilen noch gequält, die kurz darauf ihr Leben lassen müssen, damit wir uns ein Gutes tun. Dergleichen kann man den Leuten nicht oft genug vorhalten. Wer aber mit den Tieren unbarmherzig umgeht, dessen Herz ist wohl noch mehr der Barmherzigkeit gegen die Menschen verschlossen und wie es um solche aussieht, das wisst ihr schon selbst und die Erfahrung zeigt es uns im Leben nur zu oft. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, sei deines Wandels steht geleit, tu auf dein Herz, tröst anderer Schmerz, damit die milde Gottes sich auch dir erweise gnädiglich. Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 aus Bauer und ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Bauer und ABC von Franz Graf von Pocki C Christentum Seit dir, liebe Gott, zur Erlösung der Menschheit durch seinen lieben Sohn, unseren Herrn und Heiland, das Christentum auf diese Erde gesandt hat, sollten wir auch christlich leben und uns fleißig und getreulich an die Gebote halten, die uns der Erlöser unmittelbar während seines Lebens auf Erden oder mittelbar durch die von ihm gestiftete heilige Kirche gegeben hat. Aber mit dem christlichen Leben ist es so ein Eigending und wie in den Städten so auf dem Lande draußen meinen nicht eben die wenigsten, damit sei es abgetan, dass einer Sonn- und Feiertags in die Kirche geht zu Amt und Rosenkranz, an den gebotenen Tagen die Fasten hält und etwa einmal des Jahres, weil man es tun muss, zur Beicht und Kommunion sich einfindet. Nun wäre das wohl Recht und Pflicht, wie sich von selbst versteht, aber damit allein ist es auch nicht schon christlich gelebt. Wer nur in der Kirche ein Christ ist und nicht auch im Haus, auf dem Feld und überall, das heißt, wer die Religion nicht lebendig im Herzen hat, dessen Christentum kaufe ich nicht teuer. Ich will euch nur ein Beispiel anführen, wie es oft zugeht in einer sogenannten christlichen Gemeinde. Wenn es sonntags früh zum Hochamt läutet und die Glocken gar hell und lieblich über Wald und Flur klingen, sieht man es wohl mit Freuden, wie alles zur Kirche zieht. Durch die Felder her wogt es wie bunte Blumen, die der Wind bewegt. Dort kommen ein paar aus dem Buchenwald heraus, da drüben Weib und Kinder von dem Einhöhenhof, die weil den Mann das Haus hüten trifft. Wieder einen anderen Weg her eilen Knecht und Dirn. Kurz von allen Seiten her geht man Gott zu gefallen. Bald steht ein Häuflein hier und dort vor dem Gotteshaus oder dem Wirtshaus, das zumeist nicht weit von der Kirche abgelegen. Denn wo unser Herrgott sein Haus gebaut, da hat auch der Teufel gern sein Boutique aufgeschlagen, wie ein altes Sprichwort sagt. Einige sind bei den Gräbern auf dem Kirchhof und beten den Irigen, die da still unter dem Gras liegen, ein Vaterunser. Alles wartet aufs Zusammenläuten. Der Herr Pfarrer kommt aus dem Pfarrhofe herüber und die Messnerblumen blasen schon die Kohlen im Weihrauffass an, dass sie vor der Sakristeit-Türe hin und her schwenken. Bald ist die Kirche voll und jeder faltet die Hände, weil es ebenso der Brauch ist. Gib Gott, dass auch an jener sein Herz bei der Sache habe. Wenn nun bei der Predigt hier und da einer eingeduselt ist, so merken dafür die anderen besser auf und alles geht gut. Macht auch so mancher einen frommen Vorsatz unserem Herrgott zulieb. Nach dem Segen und wenn das Weihwasser gegeben, strömt's aus der Kirch. Will weiter nicht sagen, dass etwa gar ein oder anderer denkt, bin froh, dass es aus ist. Weiber und Kinder zieht's heim, die Männer und Burschen, nicht die wenigsten, aber ins Wirtshaus, um ein Masel zu trinken, was wohl nichts Üblos ist, wenn einer Durst hat und das Geld dazu, ihn zu löschen. Nun dauert aber bisweilen das Löschen länger als der Durst. Dabei schiebt einer per Jux eine Kugel auf die Kegelbahn hinaus. Tun mir eins, heißt's, nur um Pfennig. Der Vorschlag ist nicht schlecht und das Geklapper geht an. Die zum Essen nach Hause gegangen kommen nachmittags wieder. Es wird immer lustiger. Anfangs ganz respektabel und heimlich. Allmählich werden die Köpfe warm. Da wird ein bisschen disputiert. Die Grobheit bleibt auch nicht aus. Da ist denn bald der Teufel auch dabei. Denn der setzt gern Kegel auf und es freut ihn einzuschenken. Vom Streiten wird's ein Fluchen, dann ein Stoß oder ein Preller und der böse Handel ist im Gang. Wenn's dann nur ein paar blutige Köpfe absetzt, darf man noch vom Glück sagen. Wie oft aber hat einer im Rausch und im Zorn schon sein Sackmesser gezogen und den anderen gestochen, dass der das letzte Mal beim Kegeln war. Und so hat denn der christliche Tag mit dem Kirchgang seinen Anfang gehabt und mit dem Totschlag geendigt. Und noch meint ihr, so ein Leben sei christlich? Plappert den Rosenkranz daher, ohne an was zu denken, als wie ihr dem Nachbarn etwas zum Tort antun könnt oder sonst einen sauberen Handel anzustellen. Die Knechte tun auch gar fromm beim Gebet läuten und freut sich mancher dabei schon aufs Fenster. Und wie manche Bauern, die sich christliche Hausväter nennen, vertun ihr Hab und Gut nach und nach im Wirtshaus. Weniger oft von wegen des Trinkens, als weil sie die Arbeit nicht mehr freut, während die Bäuerin Schmalz und Mehl zusammenklappen muss, damit sie den Kindern und Dienstboten kochen kann. So kommt denn der sogenannte gute Christ durch sein unchristliches Leben gar auf die Gant. Ein mitleidiger Jud, einer von denen, wie sie im Lande herum alles gleich ausgeschnuppert haben, will heraushelfen, setzt ihn aber erst recht hinein und Not und Elend halten in dem christlichen Bauernhof ihren feierlichen Einzug, gar liebe Hausgenossen. Wie es dann weiteres wird, das wisst ihr selbst und es bedarf keiner genaueren Explikation. Dies und dergleichen sind aber größtenteils nur die Folgen davon, dass die Leute meinen, es sei genug, so man nur in der Kirche ein Christ sei, das andere wird sich schon von selber finden. Da ist aber dieweil einer schlechter als die gottlosen Heiden, die ihre Religion besser in Ehren gehalten, als wir erlöste Christen die unsere. Ein solches Christentum ist nur ein toter Glaube. Unser lieber Herr aber hat uns einen lebendigen Glauben hinterlassen wollen, der in Fleisch und Blut trinkt, der uns durch und durch säuert, wie die Hefe den Teig, wenn das Brot gut werden soll. Doch ihr haltet euch oft nur an die Form und damit meint ihr, sei es abgetan. Wenn aber das letzte Stündlein schlägt, da wird euch freilich heiß und kalt zugleich. Da heißt's, holt mir den Pfarrer und das heilige Sakrament. Ist's wohl nie zu spät mit der Umkehr und Einkehr? Das muss jeder selbst mit dem ewigen Richter abmachen. Besser aber ist's wohl, wenn einer als ein guter Christ seinen ordentlichen Weg vorher schon gegangen ist. So schwer ist's nicht und es kommt nur auf die Angewohnung an. Es ließ sich dann in dem C-Kapitel wohl noch gar vieles sagen, aber das kann euch euer Herr Pfarrer besser und schöner beibringen, denn es ist sein Beruf. Leider aber geht's oft bei einem Ohr hinein und beim anderen gleich wieder hinaus. Wie sich einer bettet, so liegt er, und wer sich ernsthaft in den Seelenspiegel schaut, der kann leichtlich herausfinden, wie es mit seinem Christentum steht, wenn er nicht etwa die Augen zudrücken und es nicht sehen will. Ende von Abschnitt 3 Abschnitt 4 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Bauern ABC von Franz Graf von Pocki Dienstboten werden auch Ehehalten genannt, und zwar seit uralter Zeit, weil sie dazu helfen sollten, die Ehen zusammenzuhalten, nicht aber zu verderben, wie es nicht selten der Fall. Auch Hausgesinnt, nennt man sie, ist aber leider oft ein Hausgesindel. Das ist aber ein kitzliches Kapitel, denn man könnte darin Herren wie Knechten leicht zu nahe treten, müssen also ganz subtil tun. So viel ist gewiss, dass der Dienstbotenstand in unserer Zeit gerade keine Fortschritte zum Guten gemacht hat. Mag vielleicht auch viel dabei an den Herren selbst liegen, denn, wie der Herr, so der Diener, oder nach einem anderen alten Sprichwort, wie der Bauer waltet, also der Knecht schaltet. Jedenfalls aber scheint das schöne Sprüchlein nicht immer bedacht zu werden. Getreuen Dienst lohnet Gott. Die gute alte deutsche Treue ist so ziemlich aus der Mode gekommen, und mit ihr auch das Dienen um Gottes Lohn. Wenn aber die Dienstboten dies nicht vergessen wollten, dass nicht sie allein dienen müssen, sondern dass eigentlich ein jeder Mensch in irgendeiner Weise dienen muss, so würden sie ihren Stand besser in Ehren halten, nicht die Herren spielen wollen und Zucht und Demut bewahren, wie es vor Alters der Brauch war. Denn jeder männiglich muss seiner Pflicht dienen, sei es nun Herrenpflicht oder Dienstbotenpflicht. Aus dem Geheg soll niemand hinaus und Schuldigkeit bleibt Schuldigkeit. Wie es dermalen bei den Ehehalten zugeht, das wollen wir nicht schildern. Wissen's die Bauern und Wissen's die Dienstboten selbst, ist keinem schier mehr ein Dienst gut genug. Freilich, wenn Luxus und Übermut die Hauptrolle spielen, so kann nichts genügen und Treu und Redlichkeit gehen ihres Weges seit ab, weil sie mit der sauberen Gesellschaft nicht auskommen können. Was aber die Treu anbelangt, so könnte der vernünftige Mensch oft bei den unvernünftigen Tieren in die Schule gehen. Treu wie ein Hund zu aller Stund. Bei den Bauern ist noch, Gott sei Dank, der Altherkömmliche, den Dienstbotenstand ehrende Brauch, der aber in den Städten leider längst abgekommen ist, dass die Dienstboten zur Familie gerechnet werden. Sie beten miteinander, sie essen miteinander und dies ist ein großer Vorteil für beide Teile, der noch manches zusammenhält, was außerdem aus dem Leim ging. Wenn man in Italien von dem Dienstboten spricht, so sagt man, die Familie, La Famiglia, was gewiss eine schöne Bezeichnung ist, und findet man in dem Welschlande, von dem es immer heißt, es sei kein Treu und Glauben dort und seien die meisten Spitzbubengesindel, zwischen Herren und Dienern zumeist das schönste Verhältnis, sind auch die Dienstboten ihrer Herrschaft mit Leib und Leben ergeben und bleiben in den Häusern bis in ihr hohes Alter, wobei sie sich dann nicht wenig einbilden, im Hause ein gewichtig Wort mitreden zu dürfen. Auch der Hofstaat des Papstes heißt La Famiglia und wer nach Rom kommt, der kann's mit eigenen Ohren hören. Als ein Beispiel der Treue und Demut im Dienste haben wir die heilige Notburg, welche ihr Leben lang eine Magd war und von welcher die Legende sagt, dass sie ihre Sichel an einem Sonnenstrahl aufhing, als man ihr zugemutet, in heiliger Zeitkorn zu schneiden. Die heilige Christina diente als Sklavin bei den Heiden, hat aber dabei durch ihr frommes, erbauliches Leben ihre eigene Herrschaft zum Christentum bekehrt. Die beiden Königstöchter Euphemia und Margareta haben ebenfalls in ihrer Verbannung als Mägde gedient und leuchten als ein schönes Bild entsagender Untergebung vor. Wer dient, muss sich etwas gefallen lassen und hat in allem zu folgen, was die Herrschaft in tun heißt, insofern es nichts ist, was den Geboten Gottes widerspricht. Wer aber zu befehlen hat, soll es mit Liebe tun und soll nicht mehr verlangen, als Recht ist und soll die, so ihm dienen, gut halten, damit sie keine Klage haben können. Sollen auch die Ehe halten unter sich, in Frieden leben, dann tut auch gern einer dem anderen was zu gefallen und wenn einer vernünftig ist, so hält er seinen Lohn hübsch zusammen, verpufft ihn nicht im Wirtshaus oder auf Kleiderprunk, damit er in seinen alten Tagen einen Zehrpfennig übrig hat. Was aber die Treue im Dienst anbelangt, so besteht sie nicht nur darin, dass man seine Herrschaft nicht bestiehlt, sondern auch auf ihr Sach schaut, als ob es sein Eigen wäre. Der Bauer aber und sein Weib, die sollen in allem und jedem ein gutes Beispiel geben. Voraus in der Frömmigkeit, voraus in Tätigkeit, voraus im Fleiß ist gut geheiß. Voraus in Fröhlichkeit und in der Sauberkeit, wild haben guten Knecht, tu alles selber recht. Herr, sei der Erste auf, dass auch der Knecht dann lauf, im Stall, wie an dem Herd, der Bäuerinmann begehrt. In dem Haus, auf dem Feld, wird alles wohl bestellt, geht jeder Bauersmann selber voraus daran. Ende von Abschnitt 4 Abschnitt 5 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org gelesen von Monika Hinrichsmeier Bauern ABC von Franz Graf von Pocci Die Ehen werden im Himmel geschlossen. Das ist ein altes Sprüchlein und hat folgende Bewandtnis. Als einst Jesus mit dem guten Petrus wandern ging, sagt eine Legende, wussten sie nicht mehr wo aus des Wegs. Da trafen sie einen Hirten auf dem Felde und frugen. Der war aber so fauler Natur, dass er das Maul nicht auftat, sondern auf dem Boden unter einem Baume liegend nur einen Fuß aufhob, um nach der Richtung des Pfades zu deuten. Nicht weit davon stand ein Mägdlein bei ihren Schafen. Das sprang also gleich herbei und ging mit den Wanderern, bis sie nicht mehr irren konnten. Da segnete Jesus die Magd und verkündigte ihr, dass sie den faulen Hirten heiraten solle. Petrus macht gewaltig aufhebens und sagt, das sei ein sauberes Glück, wenn sie den faulen Schlingel als Mann kriege. Jesus aber erwidert, sie wird ihn selig machen, auf dass er durch seine Trägheit nicht zugrunde gehe, denn ich bin der barmherzige Gott, der Ehen stiftet nach den Werken der Menschen. Also mag es auch sein, dass einem jeden seine Ehe zum Guten ist, mag ihm bisweilen die Sache auch nicht so bedünken. Und wenn einer gescheit ist, wählt er zuvor gut, dass Herz und Vernunft die Brautwerber sind. Schießt er dem ungeachtet daneben und fällt's nicht so aus, wie er gemeint hatte, mag er bedenken. Durch die Ehe geht's in den Himmel und kann vielleicht ein Teil Fegfeuer auf der Welt schon abgemacht werden. Dies gilt den Männern wie den Weibern. Macht ihr aber Hochzeit, so soll es auch lustig dabei hergehen. In der Kirche bei der Trauung bittet unseren lieben Herrn Gott recht andächtig und inständig um Glück und Segen. Im Wirtshaus bei Mal und Tanzt, denkt an die Freudigkeit, dass ihr euch zusammen gefunden habt und zahlt die Musikanten gut. Das sind zumeist durftige Seelen. Seid lustig in Ehren und weil es denn üblich, dass der Hochzeitlader zur rechten Zeit seine Abdankung macht, so vernehmt ihr mit sein Sprüchlein. Wenn ich der Hochzeitlader spreche meinen Spruch, so klappert nicht mit Teller oder Krug. Merkt auf, zu danken ist nun meine Pflicht und höret, was euch meine Weisheit spricht. Vor allem danket Gott, der hat beschlossen, dass dieses Paar verbannt, sich unverdrossen. Lasst flehen uns, das aller Wegen, Geleit der Ehe bleibt sein Segen. Heute hängt der liebe Himmel voller Geigen, die Englein spielen, selbst den Hochzeitreigen. Und höre ich solch ein freudig Klingen singen, möchte auch mein Herz im Leib gar fröhlich springen. Sind etwas später wohl die Geigen auch verstimmt, es bleibt oft nicht aus, so nehmt's halt, wie man's nimmt. Nicht allweil kann die Sonne hell uns scheinen, der Himmel selber muss bisweilen weinen. Halt nur zusammen, fest in Freude und Leid, so bleibt auch stets die Hochzeitsfreudigkeit. Vor anderen wünsche ich euch, dass in der Wiegen das nächste Jahr ein holdes Kind mag liegen. Korn auf dem Feld, im Beutel Geld, gesundes Vieh und Heu und Stroh, wie's Futter in der Arche no. Kurz alles mög euch blühen und gedeihen, nehmt nur nicht, tut's nicht Not zu leihen. Seid fromm und arbeitsam, kein Streit entzweie, der euren Friedensbund entwand entweihe. Geduldig seid, der eine für den anderen, so könnt ihr glücklich eure Wege wandern. Nun macht Herrn Pfarrer ich mein Kompliment, zu danken für sein geistliches Regiment, dass er euch gar der Kirche heiligen Segen, an dem vor allen anderen ist gelegen. Des Brautpaars Eltern wollen wir uns verneigen und ihnen unsere Huldigung erzeigen. Wer seine Eltern ehrt, dem wird es wohl ergehen. Wohl euch kann's in dem Leben noch geschehen. Der ganzen Freundschaft bringen wir in Ehren, ein Vivat hoch, die heute mit uns zehren. Kurz allen, die am Hochzeitstische sitzen, lasst nur die Taler bei dem Opfer blitzen. Den Bauern und Werkleuten, wie sie heißen, wollen wir mit einem Glückwunsch uns befleißen. Dem Schenklein trinkt aus Flicker, Knicker, dem Krummbein Spitzmaus, Drücker, Zwicker, dem Weber, Heber, Wagner, Schneider, dem Schuster, Kuster, Fragner, Reiter, dem Zeisig, Fleißig, Gerstelspeck, dem Pankratz, Tolpatsch, Ferstelschneck, dem Hupfauf, Hartlauf, Weinhut, Kammerer, dem Buckel, Muckel, Tugut, Jammerer. Und ihren Weibern wollen wir es jetzt bringen. Sie leben hoch, lasst alle Gläser klingen. Auf, Musikanten, blast aus vollen Backen, ihr anderen lasst am Krug den Deckel knacken. Ein solcher Tag wie heut kommt nicht gleich wieder, doch habet acht, dass keiner Falle nieder, hat etwa ein Erdesguten viel getan. Spielt auf, das Tanzen hebet wieder an. Ein Wörtlein nur hört noch aus meinem Munde, bevor der Zeiger weist die letzte Stunde. Vergesst den Hochzeitlader nicht, ich bitte, der sich schon heiser schrie in eurer Mitte. Die Gurgel will geschmiert sein, ihr versteht mich. Die Mahnung ist wohl deutlich und verrät sich. Ich lass jetzt einen Teller zirkulieren, mögt ihr mich nach Belieben honorieren. Doch wird der allerschönste Lohn mir sein, wart ihr zufrieden mit dem Verselein. Und dass ihr, wenn man eine Hochzeit macht, nach mir als Hochzeitlader wieder fragt. Mein Sprüchlein ist zu Ende. Es hört uns alle Wände, es hört uns alle Gäste, die sitzen hier beim Feste, es hört uns Katz und Maus und jetzt ist es aus. Ende von Abschnitt 5 Abschnitt 6 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Bauern ABC von Franz Graf von Potschi F Fromm, fleißig und fröhlich Das sind drei Wörtlein aus dem FF Zu Nürnberg, der schönen Stadt so reich an Künsten und Gewerben, lebte vor Zeiten ein gar geschickter Goldschmied, das kunstvolle Arbeit allenthalben beliebt war und bei welchem viel hohe Fürsten und Herren nicht wenig Bestellung machten, als an kostbarem Geschmeide und Tafelgeschirr aller Art. Selbiger hat einen Sohn, der bei ihm insoweit die Goldschmiedekunst gelernt hatte, dass es nun an der Zeit war, auf Wanderschaft zu gehen, um anderer Orten allerlei zu sehen, was ihm nützlich sein könnte und sich weiter auszubilden, wie denn von den ehrsamen Zünften vorgeschrieben und hier nach sich zu achten ist. Als nun die Reis beschlossen, lud der alte Goldschmied zum Valettrunk ein paar Freunde und Gesellen des Jungen ein und saßen noch fröhlich beisammen, bis es an dem war, zu scheiden. Da nahm der Vater einen schönen Pokal, so er für solche und andere Hausfestlichkeit aus Elfenbein mit mannigfach lieblichen Goldsirat selber angefertigt, füllte ihn mit gutem Wein und sprach zu seinem Sohn nitt ohne Tränen im Aug, wie folgt »Viel lieber Sohn, da du nunmehr von dannen musst, will ich noch den letzten Trunk mit dir tun und indem ich dich dem Schutz und Segen des allmächtigen Vaters im Himmel anempfehle, auch darum mit deiner Mutter täglich bittenwert gebe ich dir ein Wandersprüchlein mit, so du niemals vergessen sollst.« Und indem er solches sagte, steckte er dem Sohne ein gülden Ringlein an den Finger und sprach weiters »Dies Fingerlin habe ich dir selbst gemacht und siehst du drauf drei Buchstaben und zwar drei F einziseliert auf einem grünen Kleeblättlein, sollen aber nichts anderes bedeuten als die drei Wörtlein »fromm«, »fleißig« und »fröhlich«. »In den Dreien magst du immer die beste Anleitung finden, wie du dich als ein guter Gesell aller Orten zu halten, damit du deren aber stets ein Gedenk seist, magst du allmorgendlich beim Frühgebete auf dein Ringlein blicken. Wer fromm ist, der wird auch fleißig sein und wird darum immer ein fröhlich Gemüt haben, insofern ein gut Gewissen durch die erst besagten beiden Eigenschaften wohlerhalten bleibt. Verlier also das Ringlein nicht vom Finger und die drei Wörtlein nicht aus deinem Sinne. »Und nunmehr gehabt dich wohl und geh deines Weges«, nachdem der junge Goldschmied sich höflichst bedankt, nicht nur für das Geschenk, sondern für alles, was Vater und Mutter anher ihm Liebes und Gutes erwiesen, sich auch noch den Segen erbeten, zog er von dannen und hat nicht bloß auf seiner ersten Wanderschaft, sondern sein ganzes Leben hindurch das Ringlein samt dem Sprüchlein in Ehren gehalten und haben ihn Glück und Segen nie verlassen. Das Ringlein aber ist durch mehr als ein Jahrhundert als ein kostbar Erbteil hochgeachtet blieben und hat es einer vom anderen übernommen, bis es einmal verloren gegangen und da war auch bald die Werkstätte verschollen, denn die drei Wörtlein waren in den Wind verhallt. Diese Erzählung aus alter guter Zeit hat wohl eine gar schöne Bedeutung. Und wenn jeder Hausvater unter das C, M, B auch die F, F, F mit Kreide an die Türe schreiben wollte, für sich und die ganze Hausgenossenschaft, jung wie alt, und wenn dann ein jeder sich auch an die drei Wörtlein halten wollte, so wär's für wahr nicht schlecht, müsste aber die Deutung der Buchstaben deutlich eingeprägt werden, damit nicht etwa irgendein Knecht oder eine Dirn aus dem F faul oder frech herauslesen möchte, welche sauberen Eigenschaften auf dem Lande leider nicht ungekannt sind. Wollet nur drei F euch merken, wohlbedacht bei allen Werken, fromm und fleißig, fröhlich auch, ist gewiss der beste Brauch. Ende von Abschnitt 6 Abschnitt 7 Ausbauern ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Bauern ABC von Franz Graf von Pocki G Graf ist gar ein traurig Wörtlein für alle, die schon was Liebes drin Ruhen haben, wächst aber auf den Gräbern das grüne Gras und die Blumen blühen darauf alle Frühling und Sommer. Setzt sich auch hier und da manch Vöglein hin, ein lieblich Lied zu singen und wir pflanzen auch ein Kreuz drauf und so deutet denn alles auf ein Wiederaufleben und auf eine Erlösung vom Tode und Auferstehung, wenn's an der Zeit sein mag. Dies wissen und glauben wir alle. Wo aber viele Gräber beisammen sind, da heißt man es seit undenklichen Zeiten den Gottesacker, das Feld, wo gleichsam unser lieber Herrgott ausgesät hat zu Wachstum und Gedeihen für die Ewigkeit. Fällt mir dabei eine lustige Geschichte von einem Totengräber ein, die ich euch nicht vorenthalten will. In dem Städtchen Altheim lebte ein Totengräber, der bei seinem traurigen Handwerk ein gar lustiger Vogel gewesen und dabei Musikant, war nicht leicht eine Hochzeit oder sonst ein Tänzlein, wonit der schwarze Jörgel auf der Geige und wenn's am Horn oder an der Trompete fehlte, auch auf diesen Instrumenten seine löbliche Kunst zu allgemeiner Kurzweil ausübte. Versteht sich, wenn's nicht auf dem Gottesacker für ihn anderes zu tun gab, trank aber nicht wenig, sodass er nicht selten auf den Gräbern einduselte und erst am hellen Tage dort aufwachte, wo die anderen nicht mehr aufwachen. Er gab sich nun einmal, dass ein Bürger bestattet wurde, um welchen die ganze Sippschaft gar sehr Leid trug, und als nun der Sarg mit der Leiche in das Grab versenkt, auch des Jammerns und Flehens schier kein Ende war, gingen dann alle still und traurig heim, und nur der Jörgel hatte zu verbleiben, weil es seines Amts war, die Grube auszufüllen und einen schönen Grabhügel darüber zu machen. Da nun der Sarg noch frei darinnen lag, dachte sich der Totengräber, mit dem Einfüllen hat's noch gute Zeit, will einstweilen meine durstige Seele stärken, lässt das Grabscheid liegen und geht ins Wirtshaus, denn der Tag war gar heiß. Leert einen Krug um den anderen, bis er endlich seiner Pflicht eingedenk, wieder hinauswackelt, seine Arbeit zu vollenden. Was es um einen schweren Kopf ist, das weiß wohl mancher von euch, man tragt ihn nittlang, gerne stehenden Fußes herum, so auch der Jörgel, der setzt sich am Grabe nieder, lehnt sein Kapitolium an den Erdauswurf und lässt sich vom Mondschein ins Gesicht schauen. Bruderschlaf ist dann bald hinzugetreten und die Nachtpartie war fertig. Während der ganz selig schlaft, klopft's und nagelt's unten im Grabe, immer stärker und stärker, endlich springt der Sargdeckel auf, sowohl nitt allzu fest vernagelt gewesen sein mochte. Der ehrsame Bürgersmann erhebt sich in seinem toten Hemdlein, reibt sich die Augen ein wenig und freut sich, dass er nitt lebendig unter der Erden eines elendigen Todes versterben musste. Leider geschieht's bisweilen. Gott gäbe selten, dass die Herren Doktores einen für tot erklären, ohne dass unser lieber Herrgott es gewusst und sind zu großer Freude der trauernden Hinterbliebenen solche Verstorbene, die etwa nur im Starrkrampf gelegen, in diesem Leben noch auferstanden und haben noch eine gute Zeit gelebt. So war's nun auch hier. Der Bürgersmann spaziert zum Kirchhof hinaus und der Jörgl bleibt in süßem Schlummer am Grabe liegen. Allmählich aber, woran etwa lebhaftes Träumen schuld gewesen sein mag, rutscht der Totengräber seitwärts, bis er ganz sanft ins verlassene Grab sinkt und im Sarg liegend fortschnarscht. Denn so schwere Köpfe wachen nit eher auf, bis alle Bösendünste verschlafen und die rechten Lebensgeister wieder eingezogen sind. Der Mond ist längst hinter den Bergen seitab gegangen, dafür hat das Morgenrot sein erstes helles Streiflein an den Himmel gemalt, worüber der frische Morgenwind sich auf die Beine gemacht und der Sonne vorangelaufen ist. Unser Jörgl wacht auf, wie und wo, das wissen wir. Mittlerweile war in dem Städtlein der Hallo schon los, wenn auch der Schrecken anfänglich nicht klein war über die Geistererscheinung. Dem Jörgl aber war's eine gute Lektion, und er hat sich nit wenig geschämt, wie alles zum Grab lauft, denn, wenn etwas dergleichen geschieht, will der Ort noch von allen betrachtet werden. Ist oft ein Blumentopf woheruntergefallen und schaut dann die halbe Einwohnerschaft den ganzen Tag über an das Fenster hinauf und deutet einer dem anderen mit dem Finger dahin. Kurz, solches geschah dem Jörgl nie mehr und spielte er im Wirtshaus immer noch fleißig auf, dachte er sich allweil, so oft er das Krüglein zur Hand nahm, seinen Musikanten Durst zu löschen, will nimmer im Totensarg schlafen, ist dabei alt geworden und hat noch viele Tote begraben und vielen Lebendigen zum Tanz aufgespielt. Dass aber der Krug den Menschen ihr Grab werden kann, hat sich bisweilen ereignet und ist leider nichts Neues, denn es hat sich mancher schon zu Tod oder ins Elend getrunken. Wir aber wollen diese lustige Geschichte beiseite legen und hie und da an unser eigen Grab denken, wo sich's nit so weich liegt wie im Federbett, denn die Bettstadt besteht aus Tannenbrettlein, die nicht gepolstert sind und wer weiß, wie's um uns aussieht, wenn einmal eine Stimme uns aufweckt, wie ein altes Verslein sagt. Wach auf, wach auf, du arme Seel, das Morgenlüftlein wehet, hast lang genug im Grab geruht und Petrihan schon kräht. Vergiss nit deinen Sündenpack, mit dem du dich beladen, die Zeit ist um, die Zeit ist um, jetzt bitt um Gottes Gnaden. Wach auf, wach auf, du arme Seel, der Engel hat gerufen, nun trittst du wie ein Kindlein bloß vor deines Richters Stufen. Wach auf, wach auf zur Ewigkeit, was zeitlich ist vergangen, bereite dich, es hilft dir jetzt kein Zagen und kein Bangen. Wie du den Geist umkleidet hast, mit Tugend oder Sünden, so musst du deinen Lohn empfahnen, der Richter wird's verkünden. Ende von Abschnitt 7 Abschnitt 8 aus Bauern-ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Monika Hinrichsmeier. Bauern-ABC von Franz Graf von Pocci. H. Der Hirtenstand hat schon mit den ersten Menschen, nachdem sie das Paradies hatten verlassen müssen, seinen Anfang genommen. Sehen wir schon Abel, Adams Sohn, als Hirten und das Judenvolk fortan. Unser Herr Christus nennt sich selbst den getreuen Hirten, das gute Schäflein wir sein sollten, fehlte aber aller Zeiten her, wie auch jetzt unter der Herde nicht an Sündenböcken. Der Erzhirt aber hat seinen Stab durch Petrus zuerst dem Oberhaupte der Kirche, dem Heiligen Vater, auf Erden anvertraut, sind auch alle Bischöfe die Hirten ihrer Gemeinden und führen als ein äußeres Zeichen den Hirtenstab. Die ersten, welchen die Erscheinung des Heilandes auf Erden verkündigt wurde, waren schlichte Hirten. Ihnen erschien der Stern und der Engel, welcher ihnen sagte, da sie des Nachts ihre Herden hüteten, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und so waren es den Hirten, so das heiligste Kindlein in der Wiege, zuerst verehrten und ihm schlichte Gaben brachten. Und hier wird ein gar schönes altes Lied aus dem Jahre 1567 an seinem Platze sein, wie folgt. Es kam ein Engel, hell und klar, von Gott aufs Feld zu Hirten da. Vom Himmel sprach er, komme ich her und bring euch viel der guten mehr. Der guten mehr bringe ich so viel, davon ich singen und sagen will. Der liebe Gott, auf höchstem Thron, hat nun gesandt den eigenen Sohn. Der ist euch heut ein Mensch geboren, von einer Jungfrau auserkoren. Das neugeborene Kinderlein, das liegt in einem Krippelein. Mit Windeln ist es eingehüllt, die Welt mit Segen es erfüllt. Danach kam eine große Schar, der holden Engel, hell und klar. Die sangen gar ein fröhlich Lied und freuten sich gar herzlich mit. Die Hirten gingen allgemein und suchten dieses Kinderlein. Sie fanden's, wie der Engel sagt, Mariam auch die reine Magd. Willkommen sei, du Kindlein zart, wie liegst so elend du und hart. Du König, Schöpfer aller Dingen, hält dich dein Volk sogar gering. Hast du denn sonst kein Herberg hier, dass du musst liegen bei dem Vieh, dein Kissen ist nur dürres Gras, davon das Rind und Eselein aß. Der Sammet und die Seide dein sind nur geringe Windelein. Der Wirt sollt haben keine Rast, denn du wärst ja sein höchster Gast. Er sollt dir räumen Stub und Saal mit seinen Gästen allzumal. O liebes Kindlein, nackt und arm, dich unser aller heut erbarm. Wir wollen dir auch Hulden gern, als unseren Jesum Christ und Herrn. O edles Kindlein, treu und wert, hilf uns auch jetzt auf dieser Erd, dass wir, die alle sind so schlecht, weil du erschienst, erkennen recht. Wir wollen fröhlich singen gleich, dem Kindlein aller Gnaden reich. Wir machen ihm ein Wiegelein in unserem Herzen Sünden rein. Dann singen wir mit Innigkeit, Lob, Preis und Dank in Ewigkeit. Die berühmtesten Männer, die größten Heiligen, sind aus dem niedrigen Hirtenstande hervorgegangen und wäre für wahr nicht Raum genug und gäbe mehr als ein Buch, wollte man deren Lebensbeschreibungen zusammenstellen. Als heilige Hirten verehren wir den heiligen Drago, Flores, Wendelin und die heilige Genoveva, Schutzpatronin von Paris. Auch die Jungfrau Johanna von Orléans, welche unter König Karl VII. den Franzosen gegen die Engländer zu vielen Siegen verhalf, indem sie in heiliger Begeisterung mit der Fahne in der Hand das Heer anführte, war ein schlichtes Hirtenmädchen. Endlich von den Engländern gefangen genommen, wurde sie, angeblich als Hexe, im Jahre 1431 auf dem Scheiterhaufen verbrannt, hinterher aber auf Veranlassung des Papstes Kalixtus durch einen richterlichen Spruch vom Erzbischof von Reims und den Bischöfen von Paris und Cotons für unschuldig erklärt. War freilich zu spät, wie es oft geschah, wenn man eine als Hexe verbrannt hatte. Die Sage erzählt aber, dass, als Johanna auf dem Scheiterhaufen ihren Geist aufgegeben, eine weiße Taube daraus aufgeflogen und gegen Himmel entschwebt sei. Auch Papst Sixtus V., der in Rom ein so gewaltiges Regiment führte, hat als Knabe auf dem Felde das Vieh gehütet. Er war geboren im Jahre 1521, unweit des Städtchens Montalto und hieß eigentlich Felix Peretti. Sein Bruder, welcher Franziskaner war, erkannte seine hohen Geistesgaben, ließ ihn deshalb studieren und bald war der Priester, Doktor der Theologie und Regens der Klosterschule zu Siena. Aber nicht nur durch seinen Geist glänzte er, sondern auch durch seine Frömmigkeit. Zu Rom hatte er eine gar schöne Bruderschaft gestiftet, unter dem Namen der Gesellschaft des Heiligen Sakramentes, deren Mitglieder die Verpflichtung hatten, das Heilige Sakrament, wenn es den Kranken gebracht wurde, feierlich zu begleiten. Er selbst war Franziskaner und hielt an vielen Orten Italiens eifrige Missionspredigten. Im Jahre 1570 erhielt er die Kardinalswürde unter dem Papste Pius V. Vorzüglich drang er als Generaloberer der Franziskanerorden auf die Abstellung vieler Übelstände, welche damals in den Klöstern eingerissen waren, wodurch er sich gerade keine Freunde machte. Als Gregor XII. den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte, zog sich Beretti von Rom zurück, lebte den theologischen Wissenschaften und frommer Tätigkeit, wurde aber nach Gregors Tode 1585 fast einstimmig zum Papste gewählt unter dem Namen Sixtus V. Er war streng gegen alles Schlechte, mild und geneigt den Armen und Bedrängten und verbesserte die Staatswirtschaft Roms in bewunderungswürdiger Weise. Im Jahre 1590 starb dieser große Mann. Man glaubte, seine Feinde haben ihn vergiftet, denn er war, wie gesagt, ein gar strenger Herr, was nicht jeden, der sich fählich erkannte, mochte genehm gewesen sein. Und so ist denn aus einem armen Hirten ein großer Papst geworden. Wenn ich so ein Hirtenbüblein auf dem Felde sehe, kommt mir wohl zuweilen der Gedanke, kannst, wenn auch nicht Papst, doch sonst was Gescheites werden. Da muss mich aber immer dabei ärgern, dass diese Buben mit ihrem Vieh herumschlenzen, als ob sie selbst nichts anderes wären als Ochs oder Schaf. Liegen oft halbe Tage unter einem Baum dort und schnalzen nur mit der Peitsche. Da es doch besser wäre, wenn hier und da einer ein Büchlein mitnehmen, eine Zeile darin lese oder ein Sprüchlein daraus lernte. Aber die Faulheit zieht eben auch mit der Herde aus dem Dorf und denkt sich so ein Bürschlein, das Viehhüten ist auch kein Schlechtgeschäft. Muss wohl sein, man könnte aber nebenbei noch was anderes treiben, ohne gerade die notwendige Aufsicht über die vierbeinige Gesellschaft zu vernachlässigen, dass sie nicht etwa in Wälder und Felder lauft, dorten die Bäume zu verderben, sondern nicht die Holzjugend abzufressen, hier Gerste und Korn zu zertreten. Die Faulenzerei tut aber nirgend und niemand gut und drum sind aus solchen Hirtenbüblein wohl nicht große Gelehrte oder sonst große Männer, aber nicht selten große Lumpen geworden, in Sonderheit, wenn ihnen bei ihrem einsamen Herumtreiben manch toller Streich aus purer Langeweile in das Köpflein gekommen. Sollten also die Bauern und Obenern der Herr Schullehrer selber so gescheit sein, ihnen ein Büchlein oder sonst eine Arbeit, zum Beispiel gar den Strickstrumpf, wie es an manchen Orten üblich, beim Austreiben in die Hand zu geben. Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Bauern-ABC von Franz Graf von Pocki J Putztausend, Heut geht's lustig her. Der Steffelbauer hält Jagd, Marschiert ein ganzer Zug aus dem Dorf her, dem Walde zu. Und alle haben Gewehre. Lauter bewaffnete Bauern, der Jagdherr voraus, mit zwei Dachshundeln, sind auch ein paar Ladendiener aus der Stadt dabei. Der Herbstnebel deckt noch den Wald, dass man kaum die Wipfel der Bäume sieht. Wo kömmt der Wind her? Wie wollen wir treiben? Wo stellen wir die Treiber an? Lauter wichtige Fragen, wenn's an ein Treiben geht. Pautsch geht beim Feidlschons Gewehr los und die schrot dem Nachbar Martin durch den Hut. Aufgepasst, könnt ein anderes Mal auch durch den Kopf gehen. Die Buben und ein paar alte Tagwerker müssen treiben. Nun fangt der Hallo an. Ein paar Hasen laufen übers Feld hinaus. Pums! Kracht's beim Weberhansel, hat aber daneben geschossen. Wieder ein Schuss. Au weh! Auch daneben. Das heißt, neben den Hasen, aber dafür einem Treiber in den Fuß. Der hinkt blutend heim. Das Pläsier geht fort. Ein Trieb nach dem anderen. Bis es dunkel wird. Dann heißt's ins Wirtshaus. Denn sie sind durstig. Da wird über die Jagd diskutiert und disputiert. Jeder erzählt sein Abenteuer. Endlich! Sie ist schon hübsch spät in der Nacht. Geht's auseinander. Die meisten haben ihren Dusel. Das ist wohl ein kreuzlustiger Tag gewesen und so recht geeignet für einen Bauern. Mittlerweile haben die Knechte daheim auch hübsch gefaulenzt, weil die Herren auf der Jagd waren. Das wär ein Leben. Ach, wenn's doch alle Tage so wäre. Aber nicht genug. Der Steffelbauer hat eine Passion gekriegt aufs Jagen. Wie mancher Tag wird verjagt. Die Pirsch und das Herumschlänzen mit dem Gewehr ist gar was Unterhaltsames. So treibt's der Steffelbauer und wie der Herr, so der Diener. Den Knechten behagt das Wildern auch nicht übel, haben ihren Zwilling auf dem Heuboden oder in einem hohlen Baum versteckt. Endlich gefällt dem Steffelbauer die Jagd wirklich besser als die Bauernarbeit, trägt einen schönen Gemsbart und ein paar Spielhahnfedern auf dem Hut. Das taugt nicht hinter den Pflug oder zum Dreschen. Herr Steffelbauer, der Gemeindejagdpächter, spielt auch den Weidmann wie sonst nur die vornehmen Herren und Weiland die Gutsherrschaft getrieben. Das tut einem Bauern wohl. Also geht's aber, wenn der Bauer zum Jäger wird. Seine ehrenhafte Hantierung wird vernachlässigt. Die Arbeit wird zur Last. Was weiterkommt, lässt sich denken. Jeder Stand auf Erden hat seinen Beruf. Dass aber der Bauer zum Jagdvergnügen bestimmt sei, das will mir nicht recht eingehen. Denn wenn's auch anfänglich ganz subtil getrieben werden mag, es ist doch so ein eigen Ding und hat derlei noch niemals gut getan, ist auch Gottlob noch nie recht allgemein geworden und nicht alten Herkommens. Denken wir weit zurück, wo alle Bauern zunächst ihre Höfe als Lehen von den Rittern und Gutsherrn hatten und ihnen sogar nichts freies Eigentum war, wie jetzt. Damals war freilich von keiner Bauernjagd die Rede. Man ließ das Jagen denen, die Zeit dazu hatten und den Jägern von Haus aus, die das Weidwerk kunstmäßig erlernten und betrieben. Aus gutem Grunde stund auch den Bauern nie ein Recht an zu Jägern. Nun ist freilich so mancher Wald freies Bauerneigentum geworden, darin aber auch zu jagen nach Willkür. Dieses Recht scheint nicht begründet, mag es manches für sich haben, dass ein jeder auf seinem Grunde schießen dürfe, wie er will und was er will. Aber dieser Grundsatz und diese Befugnis könnte doch endlich zu einer solchen Verwirrung führen, dass endlich ein Nachbarsschütze den anderen totschießen würde, ging's in der Weitlust hin und her über die Grenze, die man nicht immer so genau im Kopf hat. Wenn nun aber, da nun einmal derlei Gesetze entstanden sind, gewisse Bezirke gebildet sind, welche von der Gemeinde verpachtet werden und es gerade nicht unbillig ist, dass dem übertriebenen Willstande, namentlich dem Hochwilde, Einhalt getan wurde, So wäre es wohl am gescheitesten und den Bauern selbst zu nutzen und frommen, dass die Jagd denjenigen in Pacht gelassen würde, die sich von Alters her damit abgegeben haben. Mag dann der Bauer bei seiner Arbeit bleiben und ist ihm von jeher alle Freude und Erholung gegönnt gewesen, die ihm ansteht und zusteht, Es ist einmal so in der Welt und möchten's auch manche anders haben. Alles hat seinen Ort und alles seine Zeit. Und da es denn immer Standschaften gegeben hat und geben wird, mögen die Gleichmacher auch das Irrige nach Leibeskräften dagegen tun. So soll auch der Schuster beim Leisten bleiben und der brave, ehrenhafte Bauer sich seines Pfluges und Trischels freuen. Das Gewehr aber steht ihm schlecht an, hat aber wohl auch immer Ausnahmen gegeben und soll das Kindlein nicht mitsamt dem Bader ausgeschüttet werden. Und wir wissen ja alle recht gut, dass vor Zeiten, wie die Gutsherrschaften noch die Jagden allein hatten, gar mancher ordentliche Bauer von den Jägern geladen war und auf den Treibjagden mitging, seinen Hasen oder ein Füchslein zu schießen und so hätt's auch bleiben können. Es haben sich aber in diesen Zeiten der Bauernjägerei nicht selten schon kuriose Geschichten ereignet, die ein spaßhaft oder traurig Ende nahmen. So ist vor nicht langer Zeit einmal ein Bauer mit geladenem Gewehre auf seiner Jagdgrenze des Abends angesessen, um einen Rehbock aufzupassen, der täglich aufs Feld gezogen. Dies hatte aber der Grenznachbar auch ausspekuliert und sich zu gleicher Zeit auf seinem Grunde mit der Büchse unter einen Baum gestellt, hat aber keiner vom Andern was gewusst. Als nun das Böcklein zur Äsung sich blicken ließ, kracht's von beiden Seiten aus dem Walde heraus und das Tier fällt wohl getroffen. Da springt denn jeder gleich hin, um seine Beute zu holen, versteht sich, höchst erstaunt. Nun geht's an ein Streiten, wem der Bock gehört. Werden auch die Fäuste gebraucht, um die Explikation deutlicher zu machen. Kehrt endlich einer gar sein Gewehr um und versetzt dem Andern mit dem Kolben ein paar Püffe auf den Kopf, dass er hinfällt. Der stand aber nimmer auf und lag maustod neben dem Rehbock da. Dies war der fröhlichen Jagd trübselig Ende. Was daraus zu lernen, das kann sich ein jeder selbst herausbuchstabieren. Wir wollen hoffen, dass dergleichen nicht oft geschehen ist, haben aber leider von ähnlichen Stücklein bisweilen gehört. Das Traurigste aber war doch das Vorkommnis und wir können dessen Wahrheit verbürgen, dass ein paar Bauern in ihrer Jagdwut einen Jäger von Profession im Walde überfallen und elendiglich an einer Jagdhütte angenagelt haben, sodass er kaum mit dem Leben davon gekommen ist, nachdem ihn ein Hüterbub in dem erbärmlichen Zustande gekreuzigt, dahangend getroffen. Wir möchten allen das Beste wünschen, jedem seine Freude und Erholung nach geschehener Arbeit. Den Bauern aber wünschen wir die gute Einsicht, dass die Jägerei nicht ihres Berufes sei und von den eigentlichen Jägern hoffen wir, dass sie ihr Geschäft mit Vernunft treiben, die immer Maß und Ziel hält. Ende von Abschnitt 9 Abschnitt 10 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Bauern ABC von Franz Graf von Pocki K Die christkatholische Kirche besteht seit der Zeit, als ihr allerheiligster Stifter, unser Herr Jesus Christus, zum Apostel Petrus gesagt hat, Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Kirche und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und er hat sie gebaut und sie ist stehen geblieben unerschüttert, trotz aller Anfeindungen aller Zeiten. Wahrlich ein wunderbares geistiges Bauwerk. Was aber die sichtbaren Kirchen anbelangt, von deren Türmen herab uns das Glockengeläute zum Gebete ruft, sei es, dass wir uns zu irgendeiner heiligen Handlung dort einfinden oder auch heraußen im Freien des Morgens, mittags und abends unser Hütlein abziehen und die Hände falten, was diesen Bau anbelangt, so stund es freilich darum im Anfange der Christenheit gar schlecht. Wisst ihr ja selbst, wie die ersten Christen von Juden und Heiden verfolgt wurden, wie sich nur im Verborgenen die Gemeinde versammeln konnte, um Gott zu dienen nach Christi Lehre. Kurz in jenen Zeiten gab es wohl schon eine Kirche, das heißt eine geistige Gemeinde, aber noch keinen Kirchenbau. Unter einzelnen römischen Kaisern durften sich die Christen wohl in Wohnhäusern versammeln, aber auch nicht immer. Ja, sie mussten ihren Gottesdienst in unterirdischen Räumen halten, deren Überbleibsel noch die sogenannten Katakomben sind, zu Rom und an anderen Orten, unterirdische Gänge und Höhlen, wo selbst auch die ersten christlichen Begräbnisstätten waren. Kaiser Konstantinus erst, welcher im Jahre 337 starb, nachdem er sich zum Christentum bekehrt hatte, gab dem christlichen Glauben Freiheit und Öffentlichkeit und in seinem Zeitalter war eine der ersten Kirchen die Salvatorskirche zu Rom, der Lateran genannt, weil sie zuvor der Palast des Geschlechtes der edlen Lateranen gewesen und aus diesem in die Kirche des Goldenen Heilandes umgewandelt wurde, also genannt wegen ihrer reichen güldenen Verzierungen. Zugleich erhoben sich dann zu Rom die schönen Kirchen, der Vatikan oder St. Peter, St. Paul, St. Lawrence, St. Agnes, UAM. In Deutschland begann der Kirchenbau unter Karl dem Großen zu blühen, also im 8. Jahrhundert. Wie alles in dem katholischen Leben auf gemeinsamer Grundlage beruht und alles wie aus einer Blüte sprosselt und wachst, so hat sich auch der Bau der Kirchen nach gewissen Grundsätzen und Vorschriften regeln müssen und dabei bleibt es in der Hauptsache noch. Von Anbeginn an besteht jede Kirche aus drei Hauptteilen. 1. Der Opferstätte, 2. Dem Raume für die Gemeinde und 3. Der Vorhalle, Vorhof, und zwar zumeist in Form der Kreuzesgestalt. Die Opferstätte oder das Chor, wo der Altar erhaben steht, ist dem Osten oder Aufgang der Sonne zugewandt, damit die Betenden ihr Antnitz gegen Christus, d.h. den recht eigentlichen Aufgang der Sonne, gerichtet haben. Der Raum für die Gemeinde war in drei Teile Schiffe geteilt, rechts für die Männer, links für die Weiber, getrennt durch das sogenannte Mittelschiff. Der Vorhof, die Vorhalle, war zum Eintritte bestimmt und in früheren Zeiten für jene, welche infolge angeordneter Kirchenbuße die Kirche selbst nicht betreten durften. Diese Einteilung könnt ihr heutzutage an allen größeren Kirchen beobachten. Was die Kirchenbußen anbelangt, wurden sie im Verlauf der Zeit von den Päpsten gemildert, durch Ablassgewinnung ergänzt oder abgeschafft, dürften aber jetziger Zeit wohl gar viele in der Vorhalle heraus zu stehen haben, wenn es noch so streng herging, anstatt dass sie drinnen bei den anderen knien. Wie dem auch sei, ist es nicht eine schöne Sache, dass wir jetzt unsere Kirchen allen halben haben und unser bedrängtes oder freudenvolles Herz hineintragen können vor den Altar des Herrn, ungefährdet und ungestört, während viele Tausende vor Zeiten gemartert und getötet wurden, weil sie in die Kirche gingen, das heißt, den christlichen Glauben öffentlich zu bekennen, sich nicht scheuten. Daran denkt auch selten einer, wenn er des Sonntages an der Kirchentüre das Weihwasser nimmt, wäre aber nicht übel, wenn er sich dieser Gnade Gottes gelegentlich erinnern wollte. Der Brauch, dass in unseren Kirchen viele heilige Bilder und Figuren, ja sogar die Fensterscheiben bunt bemalt sind, hat wohl auch seinen herrlichen Zweck, denn es kann der Andächtige vom Gebete ausruhen und sich in frommer Betrachtung an all den Gegenständen erfreuen, die ihm da vor Augen stehen und hat er sich eine Weile daran erquickt, so mag er wieder in sein Büchel schauen oder sonst ein heiliges Gebet anheben. Die herrlichen altdeutschen Kirchen, deren mancher von euch wohl gesehen haben mag, in welchen die Säulen wie mächtige Baumstämme eines Waldes dastehen und sich oben in ein Geäste verzweigen, durch das ein gestirntes Himmelsgewölbe blickt, die vielen Vöglein und andere Tiere, die zur Verzierung dienend aus dem Laubberg herabschauen, diese wunderbaren Kirchenbauten sind das Sinnbild der katholischen Lehre, in welcher alles Natürliche vergeistigt werden soll zu Gottes und Lob und Preis, wie auch die Hauptabschnitte des menschlichen Lebens durch die heiligen Sakramente eine besondere Weihe erhalten. Eine ganz schöne Legende erzählt, dass die Kirche von Engelstein in Ostpreußen, die tief im Walde gelegen ist, von selbst entstanden sein soll, in dem sich die dichtstehenden Bäume als Säulen und Wände geordnet und ihre Äste zum Dach verzweigt haben. Wo aber eine große Kirche gebaut worden, da findet sich meistens eine Sage vom Teufel dabei, nämlich von seinem Ärger und Zorn über das Gelingen des Baues. Zu München fährt er die Wallen als Sturmbünd um die Liebfrauenkirche herum, zu Regensburg hat er den Baumeister vom höchsten Dache herabgestürzt. Kurz, derlei soll uns nur Kund geben, dass der Teufel am Kirchengehen nicht absonderliche Freude haben mag, wie sich wohl von selbst versteht. Wir aber wollen nicht nur äußerlich unsere Pflicht erfüllen, vorgeschriebenerweise die Kirche besuchen, wir wollen unser Kirchlein auch im eigenen Herzen aufbauen, dem lieben Gott und all seinen Heiligen zur Herberge. Im Herzen lasst ein Kirchlein bauen, mit Glockenspiel und Orgelklang und Heiligenbildern drin zu schauen, bei wunderbarem frommen Sank. Das Engel wandeln aus und ein und süßer Weihrauch duftet draus und heller glänztet güldener Schein um dieses kleine Gotteshaus. Ihr Engel helft zu bauen mir und schützt mich vor des Feinds Gewalt, du Herr, erwähl das Kirchlein dir zu deines Segens Aufenthalt. Ende von Abschnitt 10 Abschnitt 11 Aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Bauern ABC von Franz Graf von Pocky L Das Leben ist kurz oder lang, wie man's nehmen mag. Kurz, weil es schnell vergeht, schneller oft, als sich einer besinnt. Lang, weil es immerhin reicht, sich die Ewigkeit zu bereiten. Es ist kurz, wenn es ausgefüllt ist mit Ergebnissen, eines dem anderen folgend, in Leid und Freude. Es ist lang, wenn der Mensch es nicht anzuwenden weiß, denn da kann's sogar langweilig werden. Was haben wir für Ansprüche an das Leben? Keine, denn es ist ein freies Geschenk Gottes, und was mit in die Gabe kommt, darüber haben wir nicht Rechenschaft zu verlangen, wohl aber zu geben, wie wir es verwendet haben. Das Leben besteht aus inneren und äußeren Gütern. Die letzteren sind nur ein Gewand, das zerfällt und mit dem Leibe im Grabe vermodert. Die inneren aber sind unvergänglich und unsterblich. Habt Acht, wie ihr diesen Schatz pflegt und ausbildet. Armes Leben heißt's oft. Wer ist denn arm? Der Bettelmann? Oh nein, er kann reich sein in sich, an Liebe zu Gott, an Glückseligkeit, in der Demut und Ergebung, wenn er gleich Hunger leidet. Wer ist reich? Wohl der viel Geld hat, der Spazieren fahrt und sich voll auf den Genüssen des Leibes hingibt. Gewiss nicht, denn er kann ein armseliges Herz haben, dennoch bloß von aller eigentlichen Freudigkeit. Lesen wir die Geschichte der vielen Heiligen, das waren wohl zumeist arme Leute, aber wie reich sind sie gewesen. Betrachten wir das Leben so mancher Vornehmen, mit Gütern begabten Menschen. Wie arm waren sie oft, nach all den Herrlichkeiten, was blieb ihnen, dass man sie hinausdrog, wie alle anderen eingesperrt, zwischen vier Brettlein und in die Erde versenkte, wo all der Reichtum vermodert. Wenn's euch also schlecht gehen mag auf Erden, so denkt, wie kurz ist das Leben, und seid ihr an zeitlichen Gütern gesegnet, so bedenkt, wie ihr diese in dem kurzen Leben auf ewige Interessen anlegen möget, damit euer Kapital nicht verloren gehe. Es ist ein Ort, wo ein großes Hypothekenbuch aufliegt, steht eines jeden Namen darin, und werden Kapital und Zinsen wohl berechnet. Da ist schwer löschen und tilgen, und ist nit selten die Gant unvermeidlich. Nun betrachten wir aber einmal zusammen, welch ein herrlich Geschenk der Liebe Gott uns mit dem Leben verehrt hat. Dann fallen wir auf die Knie und danken dem Geber aus vollstem Herzen. Einen Leib, fähig zu allem Edlen und Schönen, einen Geist, der sich an Gottes Herrlichkeiten freuen kann, Augen, Ohren, Mund, Hände und Füße, Fünf Sinne, dazu den ganzen Schatz der Schöpfung, der uns zu Gebote steht, Ein Herz, Gutes zu empfinden und sich darin zu erfreuen. Was wollt ihr mehr? Hätt auch wohl unser lieber Herrgott gleich eine Bärenhaut dazu schenken sollen, dass ihr darauf liegen könnt, wie die rechten faulen Bärenhäuter? Da stirbt wohl ein jeder im ersten Jahre schon aus Langeweile. Er gab euch Lust und Fröhlichkeit zur Arbeit, er gab euch Kraft und Saft in Mark und Bein und einen edlen Stolz dazu, euch euer Brot zu erwerben. Ihr seht die Körnlein aus und siehe da, Leben keimt in ihnen und es prosst und wächst und nach wenigen Monaten steht das goldene Feld vor euch da mit den vollen Ehren. O wunderbares, reiches Leben, ihr nehmt ein Weib, in wenigen Jahren ist die Stube voll von Kindern und wenn sie nicht geraten, ist's wohl meist eure eigene Schuld. O wunderbares, reiches Leben, haltet's heilig und verkauft's nicht an den Teufel um schnöten Sold, aber das ist eben das Übel, das so viele des kurzen Lebens wertnicht würdigen. Das Leben ist kurz, ich will's genießen, hört man nicht selten, aber die Ewigkeit ist lang, ruft euch eine innere Stimme zu, wenn ihr sie hören wollt und euch nicht taub stellt, wie's bei den lieben Bauern oft der Brauch ist. Ehe wir wissen, was das Leben sei, ist es mehr denn halb vorbei. Also sagt ein altes Sprichwort und nicht mit Unrecht, bis der Mensch das Leben kennt, hat er wohl mehr als eine Dummheit gemacht und wenn er es kennt, bleiben die Dummheiten dennoch nie aus, denn der Mensch hat nie ausgelernt. Man teilt das menschliche Leben in vier Teile, die Kindheit, Jugend, das Mannes und Kreisenalter, was keine neue Erfindung ist. Denn solange es Menschen gibt, ist diese Einteilung üblich. In der Jugend geht's langsam vorwärts und können's die Jungen kaum erwarten, Männer zu werden, dann aber geht's auf einmal bergab, wie ein Wagen ohne Radschuh, allzu schnell und nützt kein Rufen, Halt, Halt oder Zeit lassen. Wie mancher möchte da die früheren Jahre zurückrufen, um es gescheiter zu machen, als er's getan. Aber vergebens, einmal gelebt, uns ist aus. Wer aber gut lebt, der lebt lange. Hat einmal ein Mann, der in den Vierzigern stund, mit dem bösen Feind einen Pakt gemacht und ihm allwochentlich seine Seele nur auf einen Tag verschrieben, wenn er ihn wieder von vorne anfangen ließe, insofern er es bewirken könnte. Versprach's auch der Teufel, so immer ein Lügengeist ist, und der andere war so dumm, es zu glauben. Ist demnach der Satanas schon die erste Woche in ihn gefahren, und dann war's aus. Das hätt' er zuvor bedenken sollen. Also geht's vielen, die sich denken, ich kann's noch einbringen, bevor ich sterbe. So leben sie dann dahin und verschieben's von einem Tag zum Andern, der Ewigkeit zu gedenken. Aber unvermutet bricht der Lebensfaden entzwei. Da soll nun die Liebe beim Herzigkeit Gottes helfen. Allein die göttliche Gerechtigkeit tritt ihr in den Weg, nimmt den freien, menschlichen Willen beim Arm und sagt ihm, du hast's nit anders gewollt, so geh also den Weg, den du dir selbst gewählt hast. Nur einen Weg gibt es, der uns durch das Leben ins eigentliche Leben führt, nämlich den, wenn wir dem folgen, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Einen Weg aber muss man immer gehen, den rechts oder den links. Und wer links wandelt, kann nicht rechts kommen und umgekehrt. Ein Schritt und er führt weiter und immer weiter, bis zum dunklen Abgrund oder bis zu den lichten Höhen. Wählt also bei Zeiten, an Wegweisern fehlt's nicht und hütet euch, etwa gar das Wörtlein Leben von rückwärts zu lesen und zu handhaben, wo es dann nichts anderes heißt, als Nebel. Solchen ist aber fürwahr nur ein Nebel, in dem sie herumtappen und nicht wissen, wo aus. Solchen, die das Überirdische, ob des Sinnlichen, ganz vergessen, wollen wir auch stets des alten Sprichwortes fleißig gedenken, so da sagt, Leben und Leben lassen. Das heißt, leb nicht, als wenn du allein auf der Welt wärst. Halte zu deinen Nebenmenschen, teil ihnen von deiner Habe mit, geistig oder leiblich. Lass den Neid fahren und die Missgunst. Sei nicht hart mit denen, welchen du zu befehlen hast. Freu dich, wenn es anderen gut geht. Urteile nicht streng über andere und überlasse das Urteil dem ewigen Richter und dergleichen mehr. Dies ist das Leben und Leben lassen. Herr, ich weiß es, die Sekunden meines Laus hast du gezählt, meiner letzten Jahre Stunden und den Hauch, der mich entsehlt. Tage, die mir dunkel blieben, sind in deinem Buch geschrieben und da steht mein Leben und mein Tod. Herr, mein Gott. Ende von Abschnitt 11 Abschnitt 12 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Bauern ABC von Franz Graf von Pocci M Könnte uns bei dem Buchstaben wohl ein schöneres Wörtlein zur Hand sein als Mutter und dabei auch Mutter Gottes oder Maria. Wer nicht ein Herz von Stein oder Eisen hat und seiner leiblichen Mutter gedenkt, die etwa gestorben sein mag, dem muss wohl gar viel in den Sinn kommen. Hat ihn nicht die Mutter in Schmerzen getragen, geboren, genährt, gepflegt und auferzogen? Und ist nicht all die Liebe und die Sorge einer Mutter um ihr Kind das Edelste, Kostbarste, was es auf Erden nur geben mag? Denn solche Liebe und Sorg denkt an keinen Lohn. Wer sollte da nicht oft hinausgehen an den Grabhügel, darunter der Schatz begraben liegt, um ein Tränenlein zu weinen und still zu sagen, Liebe Mutter, ich dank dir's noch übers Grab hinaus und möge dir's Gott lohnen, was du an mir getan hast. Solches mag für eine verstorbene Mutter geschehen, der sich nichts anderes erweisen lässt, als dabei wohl auch in ihrem Angedenken einen lobenswerten Wandel führen. So aber unsere Mutter noch lebt, mögen wir es ihr noch in diesem Leben vergelten, was sie uns von der Wiege an gewesen. Verflucht aber sind die ungeratenen Kinder, die der Schuldigen Dankbarkeit allzu leicht vergessen und ihre Mutter, wenn sie einsam in ihrem Austrag Stübel haust, kaum das verabreichen, was sie nach weltlichem Vertrage zu leisten schuldig sind. Ja, sie schnitzen gleichsam schon die Holznägel, den Sarg zuzunageln, in welchem die gute Frau einmal ruhen soll. Was aber in den Zehn Geboten Gottes steht, das wisst ihr selbst. Leider wird aber das Gesetz, welches von der Ehrfurcht gegen die Eltern handelt, nicht immer heilig gehalten. Was den sogenannten Austrag der Eltern betrifft, weiß ich eine alte Geschichte. Hat sich einmal ein Bauer, der sein Gut übergeben, unter anderem, wie es zuweilen üblich, auch ein Zwetschgenbäumlein ausbedungen, das im Haus angerstund und war nicht, das Schlechteste im Obstgarten. Denn in guten Jahren hingen oft mehr Zwetschgen als Blätter daran. Der Sohn aber, den nun der Hof gehörte, hatte, wie es ebenso nach und nach kommen mag, wenn man dem Bösen Gehör gibt, endlich gar Ärgernis darüber, dass dem alten Mann der Baum ausbedungen war. Redet ihn oft darum an und gar hart, so dass dem Vater die Freude an der Frucht verleitet ward. Nies ihn drum auch endlich gar stehen, starb aber selbst desselbigen Jahres und war froh, in die Rast zu kommen, denn er hat es auch im Übrigen bei seinem Sohne nit am besten gehabt. Das war im Frühling, wo mit allen anderen Bäumen auch die Zwetschgenbäume gar lieblich blühen. Als nun der Sohn, dem des Vaters Tod doch zu Herzen gegangen war, mit Weib und Kindern von dem Begräbnis heimgekehrt, sieh, da waren alle Blüten abgefallen und ein paar Tage darauf alle Blätter verdurrt, als ob der Reifurte die Raupen darüber gezogen wären. Ist auch der ganze Baum baldigst abgestorben und mag das gerade kein Wunder gewesen sein, sondern der Zufall, wie es die Leute oft nennen, sein Spiel getrieben haben. Dem Sohne gab's aber doch was zu bedenken und er hat sich die Weilen unter den dürren Baum gestellt und geflennt wie ein kleines Kind. Aber der Alte stund nit wieder vom Grabe auf und der Baum blieb dürr und trug keine Früchte mehr. Kurz, was daraus zu entnehmen bedarf nit vieler Erklärung. Der Segen ruht auf Lieb und Dankbarkeit. Haltet Vater und Mutter wohl in Ehren, das ist nicht mehr als eure Schuldigkeit. Nun uns aber der Buchstabe an unsere leibliche Mutter erinnert hat, führt er uns zunächst auf die allerheiligste Mutter, die unseren Erlöser und Heiland geboren hat. Bei ihrem Gedächtnis geht uns ein Himmel von Freudigkeit und Seligkeit auf und es ist uns, als ob wir in einen Garten treten voll duftender, leuchtender Blumen, auf deren bunten Blättlein das Wörtlein Ave geschrieben steht, uns entgegengrüßend als ein umgekehrtes Eva welche die Mutter der Menschheit war. Gleich wie nämlich Eva in dem Paradiesgarten auch die gewesen, welche den Sündenfall veranlaßt. Hat uns der himmlische Engelsgruß Ave, die Erlösung, auf die Welt gebracht und Maria ist ja die zweite Eva, die uns wieder in das ewige Paradies zurückführt. Eva war es, die im Paradiese vom verbotenen Baum den Apfel nahm. Adam folgte, Sünd ihn überkam. Ave sprach der Engel holden Grußes, vor die Jungfrau tretend, andachtsvoll, Ehr und Preis im Himmel hoch erscholl. Wollte einmal ein alter Kriegsmann in einen Brüderorden treten, war aber so ungeschlacht, dass er das vorgeschriebene Bravier zu beten nicht erlernen konnte und ihm nur die Wirtlein Ave Maria im Sinne blieben, deren er im brünstigen Gebete allwegs Gebrauch machte. Und als er auf dem Todbette verschiet, war wieder sein letzter Stoßseufzer Ave Maria. Nachdem er begraben, wuchs aber auf dem Grabe eine Lilie, auf deren jedem weißen Platte in Goldschrift stund Ave Maria, worüber die Ordensbrüder und jeder männlich höchlich erbaut wurden. So auch war es, dass einst zwei fromme Münche auf der Wallfahrt gen Loretto das Ave gar andächtig betend sich verörten, kamen aber im Walde zu einem Hütlein, all wo sie Unterkunft fanden, und wurden darin von der heiligen Jungfrau selbst gleichfalls ohne sie zu kennen freundlich bewirtet, wie uns eine alte Legende erzählt. Wer fände aber Anfang und Ende all die schönen Legenden zu erzählen, welche uns die Eigenschaften der allerheiligsten Jungfrau Maria darstellen? Ist auch wohl hier nicht der Ort dazu? Möchten aber bei dem Buchstaben M jedes Mal wie unserer leiblichen Mutter hier auf Erden jener göttlichen Mutter im Himmel gedenken, welche uns den Erlöser zur Welt gebracht hat und sollte dieses M in leuchtender Flammenschrift gleich einem glänzenden Stern am Firmamente unauslöschlich in unserem Innern geschrieben stehen? Zu fortwährender Erinnerung Mutter der Barmherzigkeit Anker der Betrübten Rettung der Reumütigen Juwel in Gottes Krone aller Engelfreunden Ende von Abschnitt 12 Abschnitt 13 Ausbauern ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Bauern ABC von Franz Graf von Pocky N Die Nacht liegt überm Dorf und da ist's gar still plätschert nur der Brunnen hie und da bellt ein Hund und der Wächter mit dem rostigen Spieß ruft die Stunden aus Um die Nacht ist's was Sonderbares und wenn auch der Mond scheint und die Fenster Scheiben weithin blitzen ist's doch ein eigentümlich Gehaben wenn's so alles im Schlaf liegt denn der Böse schleicht umher in mancherlei Gestalt und Form dort sitzt ein paar Klumpen im Wirtshaus die spielen und saufen wieder wo gehen ein paar auf schlimmen Wegen irgendwo einzubrechen oder zu rauben sollte man nicht meinen dass die lieben Engel die Hände in den Schoß legen und feiern aber nein sie wachen in den Häusern schweben und weben allenthalben und stehen neben der kummervollen Mutter die etwa am Bettlein seufzt wo ihr krankes Kind liegt und wenn wie gesagt irgendwo ein schlechter Streich des Nachts vorgeht ist's in des Menschen freiem Willen ihn zu verüben und die Strafe hier oder dort wird nicht ausbleiben wer aber ein gutes Gewissen hat der wird die Nacht über gut ruhen absonderlich wenn er sich sagen kann was an mir liegt das hab ich getan das übrige muss ich dem lieben Gott anheim stillen wenn's aber in dem Herzen des Menschen Nacht ist da steht's schlimm in uns soll es immer heller freudiger Tag sein des Menschen Herz ist wie ein Haus schließt man die Laden so kann der Sonnenstrahl nicht hineinscheinen und wer schließt sie denn der so den leuchtenden Strahl vom Himmel herab nicht ertragen mag o lasst ihn herein den goldenen Schein lasst euch erwärmen durch und durch Nacht und Dunkelheit haben immer etwas schauerliches für ängstliche Gemüter wem aber die Sonne im Herzen leuchtet der geht wohlgemut durch Nacht und Nebel und bedarf keiner Laterne absonderlich wenn er etwa nicht zu viel in den Krug geschaut hat und gar in einen Graben stolpert der Nachtwächter wandelt auf und ab im Dorfe dieweil ihr alle ruht und euch auf ihn verlasst dass er fleißig aufschaut auf Diebe oder Feuersnot hör ich ihn so die Stunden ausrufen so mein ich immer es sei eine gar ernste Mahnung an das Leben und an den Tod ist ja der Schlaf ein halber Tod denn ihr seid ohnmächtig wie schwache Kindlein und liegt in der Hand des Herrn wie er euch findet wenn es etwa euer letzter Schlaf sein mag so tretet ihr ein ins Jenseits wohlgerüstet oder armselig und elend es sinkt die Nacht mit ihren schwarzen Flügeln deckt sie die weite liebe Erde zu längst schwand die Sonne hinter Waldeshügeln und alle schlafen nun in tiefer Ruh sind's alle nein manch Auge steht noch offen und blickt hinaus als säß der Sonne nach so manches Herz in Bangen und in Hoffen hat noch geendet nicht den herben Tag wohl dem dem Freude seinen Schlaf will rauben wie jenem den der Schmerz vom Schlummer weckt am besten ruht wer sich mit festem glauben und Gottvertrauen auf sein Lager streckt am besten wohl sei's her wie Knecht im Lande legt er sich hin ist nicht beschwert die Brust von selbst erzeugter Sorge Schmach und Schande und ist er keines Frevel sich bewusst es ruft der Wächter lasst euch alles sagen ehr ihr das Licht löscht und zu Bette geht mögt Freude mögt Leid ihr in dem Herzen tragen vergesst nicht euer täglich Nachtgebet Macht Reu und Leid gedenket eurer Sünden wer weiß ob euch die Morgensonne grüßt ob sie nicht eine Laich im Lager findet die bald ein Bett aus Brettlein eng umschließt es ruft der Wächter habet acht ihr Bauern ihr in der Stadt wes amts ihr möget sein in schlechten Hütten oder stolzen Mauern ich sag es euch beim hellen Mondenschein wer sich den Hochmut wählt zum Schlaf genossen der lud sich auch Herrn Satanas zu Gast hört mich den armen Wächter unverdrossen die Demut sei Gefährtin eurer Rast will etwa gar das Gold die Herzen blenden hält Geiz und Habsucht offen euer Aug bedenkt mit der Welt muss der Reichtum enden im Jenseits ist die Münze nimmer Brauch hält euch die Sinnlichkeit und Lust umfangen wendt sich der gute Engel von euch ab nur allzu schnell verblüht der Blumen prangen und und dürre blätter fallen auf das grab habt acht hört ihr das abend glöcklein schlagen wer weiß ob ihr des morgens auch erwacht habt acht habt acht denn einmal wird es tagen wenn einst vergangen ist die letzte nacht das ist ein schöner abends segen den ihr euch unter das kopfkissen legen könnt und dann macht das heilige kreuz und schlaft in gutes namen ein Ende von Abschnitt 13 Abschnitt 14 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox .org Gelesen von Klaus Missfeld Bauern ABC von Franz Graf von Pocki Oh Die Orgel die ihr alle Sonntage in der Kirche hört freilich oft ein bisschen verstimmt ist wohl das eigentliche Instrument der Kirche Denn Geigen und Trompeten kann man auch auf jeder Bauern Hochzeit hören und die kleinen Drehorgeln welche wandernde Schnurranten oder Komödianten gebrauchen gebrauchen tun tun der Würde keinen Eintrag Der Grund und die Veranlassung zur Erfindung der Orgel ist uralt denn mit der ersten Pfeife die es auf Erden gegeben hat war auch schon die Möglichkeit da mehrere Pfeifen mit verschiedenen Tönen nebeneinander zu gebrauchen in welcher Hinsicht die sogenannte Papageno Pfeife gewissermaßen schon die erste Orgel war Man kam auch frühzeitig auf die größere Anwendung Im alten Griechenland soll es schon eine Art von Orgel gegeben haben wo die den winderzeugenden Werkzeuge Klammer auf Blasbälge Klammer zu durch Wasserkraft in Bewegung gesetzt wurden Die ersten Orgeln waren also Wasserorgeln Ungefähr 300 Jahre nach Christus begann man die Blasbälge durch Menschenhände zu rühren wie denn jetzt noch immer einer von euch in der Kirche den Blasbike tritt Von jener Zeit schreibt sich auch der gebrauchte Orgel für den Dienst der Kirche her Im Jahre 757 ward der fränkische König Pippin vom griechischen Kaiser Kopronimus mit einer schönen Orgel beschenkt Ebenso Karl der Große vom griechischen Kaiser Michael In Deutschland wurden die Orgeln beiläufig im 9. Jahrhundert freilich noch klein und mit unbeholfener höchst einfacher Maschinerie Im Jahre 950 war zu Winchester in England eine Orgel deren große Blasbälge von 70 Männern getreten werden mussten Wäre es noch so müssten in manchen Landkirchen alle Bauern auf den Chor gehen um zu hantieren wenn der Herr Lehrer die Orgel spielt Der älteste bekannte Orgelbauer in Deutschland hieß Nikolaus Faber und lebte ungefähr um das Jahr 1350 wo er zu halber Stadt für den Dom eine Orgel erbaute Das Pedal wurde erst im 15. Jahrhundert von dem deutschen Bernhard in Venedig erfunden Vorher Vorher war war nur mit den Händen gespielt und hatten die Füße nichts dabei zu tun So ward denn das ursprünglich aus wenigen Pfeifen bestehende Instrument allmählich so vervollkommnet dass man nichts schöneres hören kann als wenn jetzt in einer großen Kirche einer recht schön und andächtig die Orgel spielt Die größte Orgel ist im Kloster Weingarten in Württemberg denn sie hat 6666 Pfeifen und 66 Register Die zu handhaben kann ein Organist hübsch müde werden Blast es aus allen Pfeifen und mit allen Registern dann mögen aber den andächtigen Zuhörern die Ohren gällen Die Kirchenmusik ist was Herrliches wenn die Wahl gut ist und alles zusammen geht wird aber oft beim Hochamter ein solch weltliches Gedudel gemacht dass man lieber davon laufen möchte in den Wald hinaus wo die Vöglein dem lieben Herrgott aus ihren Kehlen und Schnabel Pfeiflein eins auforgeln So wurde in Rom selbst die Kirchenmusik durch Übertreibung und Missbrauch mit allen möglichen Instrumenten so verweltlicht dass man endlich gar alle Instrumente aus der Kirche verbannen wollte Der große Musikus und Tonsetzer Palästrina hat nun damals für den Papst Marcellus eine Messe komponiert die so herrlich war dass die Ehre der Musik wieder gerettet wurde und eine Verbannung dieser edlen Kunst aus den Kirchen nicht statt fand obschon die Entrüstung über den herangewachsenen Missbrauch allgemein gewesen So kann denn alles auf der Welt auch das Edelste wenn es nicht in rechter Weise betrieben wird aus der Art schlagen wo dann immer der Ratschuh eingelegt werden muss oder gar von oben herab ein Merkt's euch kömmt das alles wieder in die wahre Bahn leitet Möchten wir aber den Menschen mit einem Orgelspiel vergleichen mit vielen Pfeifen und Registern mit hohen und Tiefen klängen und soll nur das Herz die richtigen Tasten anschlagen damit sich alle Eigenschaften des menschlichen Wesens zur schönen Harmonie vereinigen und zusammenklingen um Gottes Lob zu verkünden Ende von Abschnitt 14 Abschnitt 15 Ausbau an ABC Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox .org Bauern ABC von Franz Graf von Pocky P Prozess Bei dem Wörtlein sollte einem jeden Bauernherzen die Haut schaudern Kann denn einer wirklich sein Recht nicht anders behaupten und hat er alles versucht einen leidigen Handel zu vermeiden Nun so mag er in den Gallapfel beißen und zum Advokaten gehen Wer aber einmal einen Prozess angefangen hat der darf sich gefasst machen auf alle Instanzen und seinen vollen Geldbeutel auftun um ihn leer wieder zuzubinden disputieren disputieren ein paar Nachbarn über eine Grenze macht der ganze Unterschied vielleicht einen halben Schuh aus auf dem Felde oder im Holz ein paar dürre fichten betrifft es einen Weg oder irgendeine streitige sogenannte Servitude Nun findet euch in Gottes Namen miteinander ab lasse jeder ein Teil nach immer besser als ein Prozess wobei oft einer halb und der andere ganz zugrunde gerichtet wird wie geht's aber oft jeder will recht haben im Wirtshaus fehl's nit an Hetzern hat einer gerad ein paar Thaler im Kasten denkt er sich ich lass mich den Streit kosten so wandert er denn zum Advokaten in die Stadt ja wär's nur einmal aber da wird Zeit und Geld verplempert nur mit dem Nachfragen wie's mit der Sache steht die Herren Advokaten haben auch meist einträglichere Geschäfte als einen Bauern Prozess zu führen der Lauf lauft so neben her und ist nur ein Exerzitium für die jungen Konzipisten steckt der Herr Doktor bisweilen auch die Nase im Durchgehen durch die Kanzlei hinein die Kommissionen macht er freilich selbst nun geht's schon beim Landgericht oder beim Stadtgericht einige Monate her mit Termin und Wieder Termin Jetzt gilt's Vorschuss auf Schreiber und Taxgebühren Ein Jahr oder zwei erste Instanz Verloren Jetzt heißt's appellieren wenn's möglich ist Anders will's der liebe Bauernstolz nicht Und dem Advokaten ist's auch recht Also geht's wieder von vorn an Nur eine Stufe höher und bleibt etwas länger liegen Endlich kommt der Spruch in der zweiten Instanz Verloren Nun da ist die Sache hin und die Prozesskosten kommen auch dazu Gewonnen und man hat den Nachbarn zum ewigen Feind und mag sich daran ergötzen wenn ihm etwa durch den Prozess der letzte Treffer gegeben wurden Auch keine große Freude wenn einer ein etwas christliches Herz hat Kurz am besten wäre wohl Frieden halten sie ist freilich nicht immer möglich denn allenthalben gibt solche Streithanseln und Prozess Krämer mit denen ein für allemal nicht auszukommen ist wollen 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 wir dem ehrsamen Advokaten stande ja nicht zu nahe treten aber ohne dass er's will und bei aller rechtlichkeit kommt's denn doch bei vielen Bauern Prozessen wo es oft nur um eine Kleinigkeit handelt also heraus dass die Prozesskosten sechsmal mehr ausmachen als der ganze Plunder wert ist und dass die heilige Justitia zu deutsch die Liebe Gerechtigkeit das Fett von der Suppe abschöpft und die Parteien mit leeren Taschen heimgeschickt werden dies wäre von dem Landfolge beiläufig zu bedenken bevor es von den Anwälten einen Versuch zum Vergleiche oder zur Sühne vor Gericht probieren lässt denn solch ein Vergleichsexperiment kostet immer einige Diäten einiges Protokoll und ist meistens die feierliche Erklärung und höfliche Bekomplimentierung der beiden Herren Rechtskundigen dass nun der Streit über das strittige fragliche Recht beginnen soll aber freilich mit lateinischen Brocken gespickt damit es noch ein bisschen teurer wird weil das römische Recht die Sache Recht deutlich macht und dann gewiss keiner der streitenden Parteien ein Unrecht geschieht ein altes Sprüchlein sagt wenn zwei streiten hat der dritte den Profit davon es haben nämlich einmal ein paar miteinander gestritten und dabei ausgemacht wer den anderen zu Boden werfe der solle Recht haben zum Zweck dieser ehrsamen Balgerei wurden denn beiderseitig die Röcke ausgezogen und beiseit gelegt denn in Hemdärmeln lässt sich so etwas besser abmachen Nun haben denn die Zweige rungen während der Zeit ist ein dritter herbeigesprungen und mit den Röcken davon gelaufen Wer hat also bei diesem Handel den eigentlichen Profit gehabt gewiss nicht die welchen die Röcke gestohlen wurden Ohne weitere Anspielung ließe sich diese Geschichte die aber nicht bei uns geschehen ist sondern mitten in Portugal auf so manchen Prozess anwenden Macht also wenn's immer möglich ist eure Angelegenheiten im Frieden aus zieht ein paar brave unparteiische Nachbarn zu Rat seid nachgiebig und nachsichtig Frau Justitia die Gerechtigkeit wurde von den Alten abgebildet mit der Waage in einer Hand das Schwert in der Andern und mit verbundenen Augen wobei gefragt werden kann will sie nicht sehen oder darf sie nicht sehen wär's denn nicht besser wenn sie die Augen offen hätte das sind aber subtile Sachen in die wir uns weiters nicht einlassen wollen eins bleibt richtig und wahr wohl dem der keinen Prozess hat Ende von Abschnitt 15 Abschnitt 16 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Die Quacksalbereien richten auf dem Lande großen Schaden an und ist ein wahrer Gräuel dass in unseren Zeiten wo doch die Leute von jung auf in den Schulen Unterricht bekommen dennoch die Dummheit so groß sein kann Nämlich wird einer krank im Hause so ist immer das Erste dabei zu bedenken wie man Doktor und Medizin sparen könne Es wird schon von selbst besser werden Warten wir es ab und dergleichen verdeckte und versteckte Sparereien Nun wird wirklich ein bisschen abgewartet Der Patient wird immer schlechter und ist wenn dann endlich der Arzt geholt wird nicht mehr zu retten Kommt er aber ohne Doktor davon wo dann der liebe Gott die Natur und nicht die Kunst wirken lässt so bleibt dennoch oft ein Schaden oder ein chronisches das heißt dem Menschen anhängendes Leiden In solchen Fällen nun feiert nicht selten die leidige Quacksalberei ihren Triumph Man läuft Man läuft zu irgendeinem alten Weibe oder zu einem Abdecker der in der Einöde wohnt kauft sich Tränke Salben schmieren und wird auch damit gewöhnlich eingesalbt und angeschmiert Aber schon das Geheimnisvolle der Sache hat einen gewissen Reiz Auch verstehen's die Quacksalber vortrefflich den Leuten einen blauen Dunst vorzumachen und wird ein wenig Sympathie oder gar was von der Religion in Sprüchlein und sonstigen Formeln beigemischt da werden die Gläubigen erst recht bezaubert von der Geschicklichkeit des Winkeldoktors und ist die Kur nicht angeschlagen so gibt's hundert Ausreden Sollte es doch ganz natürlich verständlich und begreiflich sein dass der Arzt welcher alle Schulen durchgemacht jahrelang Bau und Einrichtung des menschlichen Körpers und die Heilmittel studiert in den Krankenhäusern viele viele Krankheiten beobachtet hat dass dieser besser helfen könne als irgend so ein Quacksalber der weiter nichts gelernt hat Zu dieser Einsicht kommt aber die liebe Einfalt selten oder gar nicht Nun ein hübsches Stücklein von so einem Wunderdoktor Im Schwabenlande lebte vor wenigen Jahren ein weit und breit berühmter Quacksalber der sich einen großen Ruf dadurch erwarb dass er die Leute Glauben machte er könne alle Übel schon aus dem Wasser der Patienten allein erkennen so es ihm gebracht würde und er brauche den Kranken gar nicht zu sehen Das wäre nun freilich eine Meisterkunst seltenster Art Wie ging's aber eigentlich her? So oft eine Anfrage kam hieß es meistens Der Herr ist nicht zu Haus müsst ein bisschen warten denn er kann nicht mehr lang ausbleiben Die Landleute sind ans Warten gewohnt wird also in einem Zimmer gewartet wo die Köchin des Herrn Wunderdoktors einen Diskurs anfängt die Leute ein wenig ausfragt und dann die Krankengeschichte versteht sich erzählt wird und das warum und wie Während der Zeit aber sitzt der Wundermann in einem Nebenkämmerlein und hört durch eine dünne Bretterwand der ganzen Unterhaltung zu schleicht sich wenn er genug gehört hat ganz still zum Hintertürlein hinaus und kommt von vorne mit großem Lärm herein als wenn er Gott weiß woher stiefelte Nun begreift sich die Kunst dass der Krankheitsfall dem Patienten wenn er selbst da war gleich aus Puls und Nasenspitze heraus spekuliert oder wenn nur das Wasser geschickt worden aus diesem erkannt wurde hat sich aber einmal eine kuriose Geschichte dabei ereignet die den Quacksalber beinahe um seine Reputation hätte bringen können wie denn eines Tages ein Bote kam mit dem Patienten Wasserglas der während des Wartens der Jungfrau Köchin den Fall erzählt und dabei auch dass sich ein Pferd des Krankenbauern den Fuß gebrochen muss der Wundermann in seinem Nebenstüblein nicht recht aufgepasst haben hat etwas vom Fußbrechen gehört und also beim Examinieren des Wassers einen Beinbruch daraus erkennen wollen worüber der Bote freilich höchlich erstaunt war Nun hat aber die Köchin den Doktor gleich am Rock gezupft das gewöhnliche Zeichen dass eine Dummheit unterlaufen sei wonach dann laufen immer Betrügereien mit besonders sind die sogenannten Universalmittel Medikamente die gegen alle Übel helfen sollen ein Unding ein allgemeines Mittel gibt es wohl nämlich das Vertrauen und Gebet zum lieben Gott der uns aber dabei selbst befiehlt alle vernünftigen menschlichen Mittel ebenfalls anzuwenden die uns heilen können weil er uns Vernunft und Verstand gegeben hat In diesem Sinne und aus diesem Grunde wollen wir uns an ordentliche Ärzte zur rechten Zeit wenden die uns mit Gottes Hilfe kurieren werden wenn die leibliche Heilung auch zu unserem geistigen Heile ist Ende von Abschnitt 16 Abschnitt 17 Ausbau an ABC Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox .org Bauern ABC von Franz Graf von Pocki R Ein Regiment muss auf der Welt sein damit nicht alles aus dem Leim geht Fangen wir ganz zu oberst an Wenn unser Herrgott nicht die Welt regierte was könnte da noch Bestand haben Diese uralte Regierung hat noch keiner umstoßen können und und muss muss sich der Erzrevolutions Macher Satanas samt seiner ganzen höllischen unterirdischen und irdischen Kompanie fügen zu der Letzteren rechne ich alle Atheisten und sonstiges derlei Gesindel die uns den Glauben abdisputieren möchten wie aber Gott die Welt lenkt so muss es denn auch in jedwedem Lande der Erde ein sichtbares Regierungsoberhaupt geben denn wollten alle zugleich die Zügel in die Hand nehmen so wäre wohl der Konfusion kein Ende dies beweist uns die Geschichte und die Erfahrung haben wir doch in jüngster Zeit anno 1848 und 1849 aufgeklärten Andenkens ein kleines Beispiel von den Folgen der allgemeinen Regierungssucht und Wut erlebt ein Volk sich selbst überlassen ist wie eine Schar Kinder ohne Aufsicht ja noch Ärger weil die großen Ausgewachsenen von allen Teufeln gehetzt sind als da sind Eigennutz Geld und Gewinnsucht Sinnlichkeit Hoffahrt und der gleichen mehr seit der Zeit als die Menschen in größerem geselligen für eine leben seit sich aus den ersten Gemeinden Staaten entwickelt haben ist es notwendig geworden dass eine Ordnung also auch eine Unterordnung sich gebildet habe die ältesten Hirten wie Kriegsvölker hatten ihre Führer anfänglich gewählt später nach der Erbfolge in der Familie sich folgend weil man der Bewegungen und Parteiungen satt wurde die so oft bei den Wahlen des Oberhauptes stattfanden und diese Wahlviernisse oft von auswärtigen Eroberern oder Staaten benützt wurden sich des regierungslosen Landes zu bemächtigen daher schreibt sich die sogenannte Monarchie nämlich dass einer über die anderen herrsche und dies ist ein sehr guter Brauch besonders da auch dieser eine sei er Kaiser König oder Herzog sich dem Gesetze zu fügen hat die Alten haben gewisse Zustände der Menschen oft in Bildern und Gleichnissen dargestellt so zum Beispiel gibt die Fabel von den Fröschen ein lustiges Konterfei der Verwirrungen in einem Staate wo das Volk den Herrscher selbst wählt lasst sie uns hören in der alten Sprache waren einmal viel tausend Fröschlein in einem Weiher und so einer vorbeiging in Sonderheit abends ist 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 ein solch Quaken gewesen dass jeder männiglich lieber einen andern Weg genommen hätt hatten aber selbige Fröschlein kein Regiment und war ein ewig Streiten und Hadern und Verwirrnis da sprachen ausgemacht auch immer zu uns ins Wasser herein schaut lasst uns dieses als unseren Herrscher ausrufen geschah auch so war aber selbig Tierlein ein Storch so mit seinem langen Schnabel die eigenen Untertanen aus dem Wasser herausfing und mit großen Lusten alltäglich nit wenig verspeiste dies ist wohl ein schlechter König gewesen der sein Volk selber fraß da war gewaltiger Unmut im Reiche und zogen sich alle Fröschlein in Versteck wo ihr König sie nicht erreichen konnt mit seinem Schnabel und war wieder große Not konnten auch die Fröschlein zu keinem festen Regiment kommen bis der eigentliche Froschkönig erschien mit einem goldenen Krönlein auf dem Haupte den die Wasserfei gesandt hat und waren dessen natürliche Leibes Erben die Nachfolger im Regimente und von selbiger Zeit an war Ruhe und Ordnung im Froschreich so erzählt die alte Fabel nun sind freilich die Menschen keine Frösche und das Ganze ist nur so ein Gleichnis möchten wir aber ein näher liegendes Exempel betrachten so dürfen wir nicht lange suchen Die französischen Revolutionen und alles was damit zusammenhängt können uns hinlängliche Belehrung sein wie ein Volk wenn es sich seines angestammten Monarchen frevelhafterweise selbst entledigt in die Hände gar vieler Tyrannen fällt und sich selbst zerfleischt bis denn doch wieder einer die Zügel ergreift und dann ein schärferes Regiment führen muss als den Freiheitshelden lieb sein mag danken wir Gott einen König zu haben der auf sein Volk und auf seinen Stamm etwas hält ehren wir ihn als das Oberhaupt welches Gott selbst eingesetzt hat zum frommen des Landes und freuen wir uns das blühende Söhnlein als frisch krönende Blätter dem edlen Stamme entsprossen sind ein lied an den könig dem könig lasst uns bringen ein lied von hellem klang durchs bayerland soll dringen der treuen herzen sang heil ihm der von dem throne mit mildem auge blickt und dessen haupt die krone von edelsteinen schmückt den zepter in den händen den übers land ersenkt will er uns segen spenden wie ihn die liebe schenkt ja liebe winkt hernieder und von uns jauchzt sie auf halt in den herzen wieder in bayern all zu hauf hör deines volkes grüßen sieh deines volkes treu das zu des thrones füßen liegt wie ein edler loi ein hort ist deinem herzen des flamme aufwärts schlägt ein volk das freut und schmerzen mit seinem könig trägt treht auf der berge spitzen in goldner morgen klut du nennst dich ja den schützen und jagst in frohem mut und stehst im sonnenscheine du hoch auf steiler wand sprich wo ist wie das deine wo ist ein solches land blick nieder auf die felder blick auf der städte kranz sieh all die grünen wälder in immer frischem glanz blick überall die gauen vom hohen berge dort für wahr nicht könntst du schauen auf erden schöneren hort heil dir und all den deinen die blühend um dich stehen wo könig volk sich einen kann liebe nicht vergehen Ende von Abschnitt 17 Abschnitt 18 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Sonja Bauern ABC von Franz Graf von Pocci S Soldatenstand Au weh heißt's oft Der Steffel hat sich hineingespielt und muss zum Militär Das Unglück aber ist nit groß Denn's schadet gar manchem Bürschlein nicht Wenn es etwas in die Ordnung kommt Und das Herumschlänzen Verlernt Zumal der Vater Noch beim Zeug ist Und noch andere Buben Hat Die ihm zu helfen Können Trifft auch alle gleich In der Stadt Wie auf dem Land Und soll sich Jeder eine Ehe draus machen Dass er König Und Vaterland Als Soldat Dienen darf So war's freilich Nicht immer In früheren Zeiten Und wie es Mit dem Soldatenwesen Hergegangen Das sollt ihr nun hören Wenn's einer Etwa nicht weiß Unsere Voreltern Die alten Deutschen Oder Germanen Waren durch und durch Soldaten Von Haus aus Denn sie waren Ein Kriegervolk Aus lauter Wehrhaften Männern Bestehend Die ihre Führer Selbst wählten Wie denn auch der Krieg Damals eine Nationalangelegenheit Gewesen Über welche Gemeinsam beraten Und beschlossen wurde Als aber die Sache Den Leuten über den Kopf wuchs Auch kein rechtes Zusammenhalten mehr war Wurde unter Fränkischer Botmäßigkeit In Sonderheit Unter Karl dem Großen Der ein gewaltiger Herr war Die Heerpflicht Auf ein gewisses Besitztum beschränkt Im Verlauf der Zeit Entwickelte sich dann In Deutschland Das Lehenwesen Wobei die geringeren Güterbesitzer Zu eigener Sicherheit Sich mit Hab und Gut Den mächtigeren Lehenhaft unterstellten Und diese wieder Vasallen der Fürsten waren Die selber aber Als Lehenspflichtig Dem eigentlichen Regenten untergeben waren So wurde denn Das Kriegswesen Allmählich zum Vasallendienst Wo ein jeder Seinem Lehensherren Wenn dieser es verlangte Mehr oder weniger Kriegsknechte Zu stellen hatte Es gestaltete sich Auf natürlichem Wege Der freie Kriegerstand Der sich aber Nicht mehr halten konnte Zum Dienste derer Die das Land regierten Anfänglich als Gewählten Fürsten Dann in erblicher Reihenfolge Weil man wohl einsah Dass die ewige Wählerei Nur zu Parteileidenschaften Und inneren Unruhen Im Lande Veranlassung gab Die bezahlten Söldner-Heerhaufen Gab es zuerst In Frankreich Unter König Philipp August Im Jahre 1180 Bis 1223 Zum Schutze Des Thrones Und der Landesruhe Gegen das Getreibe Der Vasallen Mit ihren einzelnen Kriegshaufen Die sich gegenseitig Immer in den Haaren Lagen Obgleich nun Der Lehendienst Noch fortdauerte Verbreitete sich Auch in Deutschland Die Errichtung Solcher Soldheere Immer mehr und mehr Namentlich in den Freien Städten Als aber die Osmanen Mit großer Heeresmacht In Deutschland Einzudringen anfingen Wurde die Notwendigkeit Ständiger und stehender Heere allgemein Und so entstunden Denn die sogenannten Landsknechte Die um Geld Ihre Kriegsdienste Anboten Das war aber Eigentlich ein Lumpenvolk Das jedem Herren Wer sie eben Besser bezahlte Hinüber und herüber Zu Dienst stund Einer ihrer Berühmtesten Führer War Herr Georg von Fronsberg aus Mindelheim Ein gar wackerer Ritter Der hielt sie Ordentlich zusammen Und hat in vielen Kriegszügen Absonderlich unter Kaiser Maximilian Gegen die Schweizer Und gegen die Franzosen In Italien Unter Kaiser Karl V Gewaltiges geleistet Im Jahre 1526 Hatte er auf eigene Kosten Ein Heer von 12.000 Deutschen Landsknechten Angeworben Wohl eine große Macht In damaligen Zeiten Mit der was auszurichten war Aber wie denn alles In der Welt Seinen Umschwung hat Und den Landsknechten Überhaupt Nittrecht zu trauen war Denn es hielt sie ja Nicht die Liebe Zum Vaterlande Sondern nur der leidige Lohn Sahen sich die Regenten Veranlasst Heere aus den eigenen Landsöhnen zu bilden Die man anwarb Und aus dem Staatshaushalte Regelmäßig besoldete Und dies waren denn Eigentlich die ersten Soldaten Die mit Leib und Seele Für König und Vaterland kämpften Und ihren Fahnen gern Getreu blieben Bis in den Tod Mit dem Anwerben War's aber doch auch Eigentlich eine kuriose Sache Kam so ein Werber In ein Dorf Spendierte brav Bier und Wein Und nahm nicht selten Einem Söhnlein Das dem alten Vater Die einzige Stütze war Das Wort ab Unter die Soldaten zu gehen Und hatte der das Werbgeld einmal angenommen War's vorbei Er musste fort Mir nichts Dir nichts Nun ist's ganz anders Jeder weiß Dass er wie alle anderen Hoch und nieder Die Pflicht hat Dem Vaterlande Als Soldat zu dienen Dass er losen Und wenn er sich hineingespielt Soldat werden muss Wär's denn Dass er nicht gesund Und kräftig Oder daheim Dem Anwesen unentbehrlich ist Wer's Geld hat Der kann sich loskaufen Und seinen Mann stellen Die Einrichtung Ist denn wohl Die vernünftigste Im Regiment Kann einer Ordnung Und Sucht lernen Was ihm zu Hause Nicht wenig von Nutzen ist Ist abexerziert Darf er in Urlaub heim So dass er nicht Beim Regiment bleiben will Und wenn er eine Portion Ehrgefühl mitbringt So mag's ihm auch nicht schaden Weil er eher etwas Auf sich hält Und doch lieber ein braver Kerl Als ein Lump heißt Geht's aber los So wird er gern Leib und Leben einsetzen Und seinen Soldatenröckel anziehen Denn indem er dem König Und dem Lande dient Schützt er ja sein Eigenhab und Gut Gegen Feindesgewalt Und so ist's denn Ein abgeschmacktes Getu Wenn oft so ein Batzenlippel Aus seinem Geschäft Nicht gern heraus will Gott lobt aber Dass die meisten es einsehen Wie notwendig Der Soldatenstand sei Das haben wir erst vor kurzem Anno 1848 und 1849 gesehen Wo uns die sogenannten Volksbeglücker Um all unser Sach gebracht hätten Wäre ihnen durch die Soldaten Nicht zur rechten Zeit Noch ihre falsche Regiererei Abgekühlt worden Ein Soldatenliedlein Hoch lebe der Soldatenstand In unserem lieben Vaterland Tuts Not Sind alle gern dabei Und stellen sich in eine Reihe Hoch lebt die Fahne Weiß und Blau Auf die an jeder Freudig schau Und wo sie lasst Der König wehen Mit Leib und Leben Alle stehen Der Trommelschläger Spielt eins auf Wir schreiten all In gleichem Lauf Juhei, juhei Nur frisch voran Wer ein Gewehr Noch heben kann Ende von Abschnitt 18 Abschnitt 19 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Bauern ABC von Franz Graf von Pocki T Tod und Teufel Das sind ein paar gute Kameraden Macht der klappertüre Knochenmann irgendwo seine Visit So lässt der andere nit lang auf sich warten und will gleich bei der Gelegenheit anfragen Ob er kein gutes Geschäft machen und sich seinen Braten holen kann Als Adam und Eva an dem verhängnisvollen Apfelbaum an dem die verbotene Frucht hing sich eine Weile besonnen haben Ob sie wohl davon essen sollten Denn Gott der Herr hat ihnen gesagt So sie davon essen würden sie des Todes sterben Redete ihnen die Schlange so der Teufel gewesen zu und wollte ihnen weismachen dass ihnen die Augen erst aufgehen würden wenn die Frucht genossen wäre Nachdem sie nun dem Trug der Schlange gefolgt waren da wurden sie erst sterbliche Menschen und seit jener Zeit haben Tod und Teufel gar feste Freundschaft geschlossen Aber das ist noch das Gute bei der Kameradschaft für uns dass wir nach dem Ausspruche Gottes und infolge der Sündhaftigkeit unserer Stammeltern allerdings allesamt und sonders König wie Bauer dem Tod anheimfallen um in ein neues Leben einzugehen damit aber noch nicht gesagt ist dass wir dem Teufel angehören so wir nicht selber gewollt haben das hat gute Wege an unserem Sterbebettlein steht auch unser heiliger Lebensengel der in ein Büchlein unsere guten Werke und was wir etwa sonst noch Liebes im Sinne hatten mit goldenen Lettern eingeschrieben wogegen der Satan auch sein schwarzes Register in den höllischen Krallen hält nun wird die himmlische Gerechtigkeit den Spruch sprechen da müssen wir uns freilich gefasst machen die Alten die nicht so dumm waren wie man es uns von Seite gewisser aufgeklärter Herren vormachen möchte haben darum den Tod des Menschen gar hübsch bildlich dargestellt wie ihr es selbst in Kirchen oder Kapellen gesehen haben mögt und zwar wie ein Sterbender auf dem Lothabettlein seine Seele aushaucht um die sich Engel und Teufel streiten wo danach bewandten Umständen der eine oder der andere den Sieg davon trägt in einem uralten Buche fand ich einmal eine Geschichte die ich euch hier erzählen will ist einmal in einem dunklen Tannenwald der Teufel Satanas genannt gewandelt um etwa eine arme Seele zu fangen und war aber selber gar unwirsch dass er so lang keine gefischt hat jetzt ging's nit so rar her denk ich mir da ist ihm der Tod genannt Moas auf dem Weg begegnet und fragt wo aus in die Welt sagt ihm der Teufel möchte eine arme Seele holen ist aber der Galgen schon lang wieder leer sagt der Tod da mag ich dir helfen denn ich geh zu einem so dir reif ist da macht der Teufel vor Freude einen höllischen Katzensprung und schnallst mit der feurigen Zunge dass es durch die Bäume blitzt sie gehen des Wegs zusammen in eine Stadt all wo sie vor einem Häuslein still stehen schauen durchs Fenster hinein da klappert's gewaltig denn sitzt einer drinnen so Goldgülden und andere kostbare Münzen in viel Kisten und Kästen hin und her zählt und dabei für sich hin sagt o du schönes Gold o du klingendes Labsal wie erfreust du mein Herz was kümmert's mich ob derer die draußen darben und hungern gönn ich mir ja selber kaum einen Bissen aber ich nähre mich am Schimmern und Blinken des edlen Schatzes Tag und Nacht den soll mir wohl kein Dieb rauben denn mein Geschloss und Riegel sperrt gut und mein Hündlein Hungermaul wacht all wie er nun so mit sich selber rät und dabei wieder ein Säcklein Goldmünzen zubindet fängt das Hündlein Hungermaul zu bellen an durch die verschlossene Tür tritt der Tod ein und spricht also zu dem Geizhals all nun musst du deinen Schatz fahren lassen und mit mir gehen als aber der Geizhals fragen wollt wer er sei so ihm so gröblich begegnet hat ihn selbiger schon beim Rücklein gefasst und einen sanften Schlag auf das Haupt geben worauf er Tod niederfiel auf seine Goldkisten da sprang nun der Teufel gar schnell zum Fenster herein und fuhr mit ihm ab was denn zum löblichen Beispiel dienen möge wie der Geiz ein abscheulich Laster ist und alle guten Qualitäten so ein Mensch haben könnt verschlingt oder verdunkelt so dass der höllische Drach der allen Halben auf die Sterblichen fandet ohne weiteres und mit Zulassung des himmlischen Richters seine Beut mit sich wegschleppen kann hüte sich denn ein jeder das nicht Tod und Teufel gleich in Kompanie handieren und da ist ein gutes Gewissen das beste Schutz und Trutzmittel damit wir ruhig einschlafen können und wenn wir Reu und Leid machen was doch so beiläufig allabendlich geschehen soll uns der Barmherzigkeit Gottes getrost anempfehlen dürfen für den Fall dass es der letzte Schlaf wäre und wir auf dieser Welt nimmer aufzuwachen hätten davor ist ja keiner sicher und ist manchem schon gegangen wie jenem argen Wüstling und Schlemmer der bei einem Saufgelage das er mit seinen Genossen gehalten auf des Teufels Gesundheit getrunken hat am anderen Morgen aber tot in seinem Bett gefunden worden wo ihm denn freilich sein Frevel vergangen sein mochte aber wohl zu spät nämlich dass einer in vermessenen Gedanken sich zur Ruhe gelegt und nicht mehr aufgestanden ist als die Morgensonne durch sein Fenster hereingewinkt hat mit ihren freundlichen Strahlen so aber vielmehr möge uns der Tod kein Schreckbild sein sondern immer willkommen wenn es der liebe Gott für gut hält dass er uns aus diesem irdischen Reiche abrufe und wenn ihr dann über den Kirchhof geht wo gar manches Liebe unter einem Hügel liegt seht ihr ja auf jedem Grabe auch das Kreuz stehen das Zeichen der Erlösung und Gnade auch ein Baum der seine Äste ausbreitet uns wieder in ein himmlisch Paradies aufzunehmen wie es ein Baum gewesen an welchem Adam und Eva zunächst gestanden waren als der Versucher sie lockte in jenem Paradiese das sie und wir durch sie und mit ihnen verloren der gestrig Tag der ist vergangen den heutgen drum tu wohl anfangen der morgige ist dir verborgen sollst allzeit für den Todfall sorgen Ende von Abschnitt 19 Abschnitt 20 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Sonja Bauern ABC von Franz Graf von Pocci U Wenn wir in der stillen Stube sitzen ist das oft nichts was sich regt als das Tick-Tack der Uhr und schauen wir bisweilen nach so ist der Zeiger wieder um ein Stündlein vorgerückt und wir machen uns weiter nicht viel daraus als dass wir uns sagen jetzt ist Essens- oder Schlafenszeit Derweilen aber geht's auch in uns selbst ähnlich zu Unser Herz schlägt seinen Tick-Tack und unser Lebenszeiger rückt vor und vor bis er endlich auf einer Stunde still steht und das Werk so unser lieber Herrgott aufgezogen hat abgelaufen ist Die Räder sind alle gebrochen Die Unruh wie es die Uhrmacher heißen ist kaputt Das Schlagwerk ist auch hin und es ist aus mit uns Wenn wir dies bisweilen bedächten allwo wir auf die Uhr sehen wär's auch nicht übel Wir würden oft bedachtsamer mit uns selbst umgehen und nicht so in den Tag hineinleben um die kostbare Maschinerie nicht vorzeitig abzunutzen und würden in Überlegung nehmen dass unser letztes Stündlein plötzlich da sein kann ehe wir's uns versehen und wir leben und sterben hierzuland nur einmal was übrigens längst bekannt ist Hörst du Stund um Stunde schlagen siehst du auf das Zifferblatt magst du dir wohl selber sagen einmal wird das Uhrwerk matt sollst dich aber dabei fragen welche von den Stunden meint wird die letzte einmal schlagen wann das Herz gebrochen sein wenn du dies bedenkst zuweilen wirst du danach richten dich dass die Lebensräder eilen schien's auch dass die Zeit nur schlich jedes Stündlein ist gemessen jedes Stündlein nur geschenkt darum handel nie vermessen denk an den, der's Uhrwerk lenkt denn du weißt nicht wann sein Wille hemmet deiner Räder Lauf heiß den Zeiger stehend Stille wann der Pendelschlag hört auf die Uhren sollen eine uralte Erfindung sein und haben schon die Mönche frühester Zeit dergleichen in den Klöstern fabriziert freilich mag's anfänglich ein ziemlich mangelhaft Machwerk gewesen sein wie denn alle menschliche Schöpfung erst allmählich die Vollkommenheit erreicht hat die wir in unseren Zeiten an so vielem bewundern denk nur an die Schießgewehre die anfänglich mit Lunden abgebrannt wurden dann erst Ratschlösser bekamen und Steinfeuer und endlich jetzt dies höllische Feuer bei allem Wetter mit den Kapseln abgeblitzt werden der Verlauf hat weit über 300 Jahre gedauert mit dem Uhrwerk mag's noch weiter her sein und hat man jetzt Uhren welche vornehme Damen zu tragen pflegen die nicht größer sind als ein Sechser und gehen doch auf die Minute mit ihrer Spinnwebmaschinerie schon Kaiser Karl der Große soll im Jahre 807 also vor mehr als tausend Jahren von dem Regenten Persiens eine Uhr zum Präsent bekommen haben woran Glocken geläutet und allerhand Reiter und andere Männlein sich nach Ablauf der Stunden produziert haben diese Uhr soll durch Wasser getrieben worden sein eine Vervollkommnung der Uhren schreibt man dem Papst Silvester II. zu welcher im Jahre 1003 starb im 12. Jahrhundert fanden sich hier und da in Klöstern schon Uhren mit Radwerk und Glockenschlag im 14. Jahrhundert aber hat Heinrich de Wig ein Deutscher für König Karl V. von Frankreich eine große Turmuhr fabriziert so ging's dann immer künstlicher und feiner her bis man endlich im 17. Jahrhundert auf die Sackuhren kam die zuerst in Eierform zu Nürnberg gemacht wurden weshalb man sie auch Nürnberger Eier nannte kurz an den Uhren sehen wir wieder welcher Geschicklichkeit Geist und Hände des Menschen fähig sind wobei wir aber doch vor allem des Uhr- und Erzuhrmachers so da ist unser lieber Herrgott dankbar gedenken sollen dass er den Menschen also begabt hat zur höchster Bewunderung muss uns aber die Betrachtung des ganzen Weltbaus hinreißen selbst welcher also regelmäßig von Anbeginn seinen Gang geht und stößt kein Stern an den anderen an während doch die Menschen nicht selten mit den Köpfen aneinander rennen geht alles seinen gewiesenen Weg und wechseln die Jahreszeiten regelmäßig ab blühen Blumen und Bäume zur rechten Zeit und regnet und schneit am rechten Ort und scheint die Sonne wieder kurz das ist freilich ein Uhrwerk sondergleichen und doch hat es sogenannte Gelehrte waren freilich Gelehrte das heißt leere Köpfe gegeben und gibt leider deren noch die heraus studieren und auch anderen weismachen wollten das große unendlich wunderbare Uhrwerk die Welt sei nur aus sich und durch sich selbst entstanden und habe keinen Schöpfer diese Nachheit ist der sogenannte Atheismus das heißt diese unseligen Studierten haben an keinen Gott geglaubt sondern nur an ihrer einfältigen Nasenweisheit und das führt uns denn darauf dass der Mensch eben mit den göttlichen Geschenken die er hat in allen Fähigkeiten etwas zu erfinden oder auszustudieren doch in seinem Hochmute weit ab seitwärts kommen kann und dass es gewisse Grenzen des Wissens gibt die uns Gott selbst gesetzt hat über die kein menschlicher Geist hinaus kann solange er auf Erden lebt aber eben deshalb hat uns der Schöpfer die christliche Offenbarung geschickt damit wir in der Demut bleiben und weiter dringen zu wollen uns nicht vermessen als uns von Haus aus zugehört also Uhrmacher bleib bei deinen Uhren und lass dir nicht etwa einfallen Höhe hinaus und hinein zu pfuschen und Schuster bleib bei deinem Leisten den lieben Englein und Heiligen kannst du doch keine Stiefel anmessen und die Herren Studierten und Gelehrten sollen auch bedenken dass der liebe Herrgott sich denn doch einiges vorbehalten hat von seiner Kunst und Wissenschaft und sie wohl forschen mögen denn die rechte Kenntnis kann ja nur nützlich sein wie die wahre Bildung aber sie sollen es in Demut vor dem tun der sie selbst erschaffen hat und dem sie all ihrer Weisheit zu danken haben hat ja doch noch keiner von ihnen ein Körnlein fabrizieren können aus dem ein Halm wächst Ende von Abschnitt 20 Abschnitt 21 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Bauern ABC von Franz Graf von Pocki V Das Vaterunser ist wohl das herrlichste Gebet mit welchem wir uns an den lieben Gott wenden können denn es enthält alle Bitten die ein Mensch zu seinem leiblichen wie geistigen Besten anheben mag und ist uns überdies von unserem Heilande und Erlöser selbst gelehrt worden Wie viele Vaterunser die Bauern des Jahres beten das ist wohl kaum zu zählen bedenken wir das Morgen Mittag und Abendgebet dann alle Hochämter und Heiligen Messen wie noch sonstige Gelegenheiten in der Kirche und außerhalb derselben Dies wäre nun allerdings sehr lobenswert denn das Vielbeten wenn dabei die notwendige Arbeit nicht versäumt wird hat gewiss noch niemanden geschadet ist ja doch jedes wahrhaftige aufrichtige Gebet ein Gespräch mit Gott und wird dadurch unser Inneres immer mehr zu ihm gezogen und mit ihm vereinigt und wird dem guten Christen nach einem herzlichen Gebete in Freude und Leid immer ganz leicht und froh im Herzen dies kann ein jeder an sich selbst beobachten nun hat's aber mit dem Vaterunserbeten seine eigene Bewandtnis der Mund plappert's oft herunter und das Herz ist nicht dabei worüber uns schon die erste Bitte den deutlichsten Nachweis liefert denn wenn ich des Jahres über vielhundertmal zu unserem lieben Herrgott sage Vaterunser der du im Himmel bist geheiligt werde dein Name wenn ich aber zugleich vielhundertmal des Jahres diesen Worten gerade entgegen handle nämlich im Fluchen und Schimpfen den Namen Gottes entheilige und entweihe so mag es mit der Vaterunser Andacht nicht weit her sein und so geht's denn auch mit mancher anderen Bitte welche das heilige Vaterunser enthält sagen wir oft dein Wille geschehe und leben im Unmut über das kleinste Ungemach das wir zu erleiden haben so geben wir dadurch wieder Kund dass unser Gebet nur in leeren Worten besteht und um das vergib uns wie auch wir anderen vergeben steht es gewaltig schlecht wenn Hass Missgunst Neid und Zorn uns erfüllen und bei erster Gelegenheit dem Nebenmenschen der Maßdruck an den Kopf geworfen wird tritt man in eine Kirche wo gerade die ganze Gemeinde den Rosenkranz betet leider oft nur plappert so sollte man meinen dass etwas im Herzen hängen geblieben wäre von den vielen Vaterunzern wenn die ahndächtigen Bäder heimgehen tritt man aber gleich darauf in einen Bauernhof so bemerkt man vielmehr dass das Vaterunzer in der Kirche geblieben ist und es der Messner etwa gar beim Türschluss drin eingesperrt hat denn von der christlichen Anwendung will sich heraßen nicht viel verspüren lassen was auch der liebe gekreuzigte Heiland der in jeder Bauernstube hängt alles anhören und ansehen muss könnte ihn wohl veranlassen vom Kreuze herab zu steigen und zu Türe hinaus zu wandeln wenn er nicht von Holz wäre der hölzerne hört und sieht freilich nichts aber der lebendige allwissende Gott sieht allenthalben in eure Herzen hinein durch und durch und hört allenthalben was aus dem Munde herausfährt der tagtäglich zumindest ein halb dutzend Vaterunzer spricht bei dieser Gelegenheit verweisen wir auf den Buchstaben c wo wir so beiläufig das Christentum einer Gemeinde geschildert haben und dabei andeuten wollten dass nur der lebendige Glaube das wahre Christentum ist wie denn hier gesagt werden möchte dass auch nur das Gebet ein wahrhaftes und lebendig wirkendes ist wenn der Inhalt desselben nicht bloß über die Lippen geht sondern im Herzen festgehalten wird weil es mit dem Her herrufen allein nicht abgetan ist wie geschrieben steht wäre aber der zu welchem wir beten nicht anderen sinnes als wir die betenden und und wäre er nicht der allbarmherzige der mit der menschlichen schwäche mitleid hat so müsste er oft in dem kirchenturme den blitz einschlagen lassen um den vater unser betern anzudeuten dass es mit dem geplapper allein nicht getan ist war euch dieses kapitel gar zu deutlich so braucht ihr nicht weiter zu lesen übrigens ist es ohne dies damit zu Ende von Abschnitt 21 Abschnitt 22 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox .org Gelesen von Sonja Bauern ABC von Franz Graf von Pocci W Was euch der Wald Nutzen bringt, das wisst ihr. Mancher von den Bauern scheint es aber doch nicht zu beachten, denn es gibt leider der Bauernhöfe nicht wenige, die nichts als abgetriebene Holzungen haben. Besonders jetzt, da seit den gepriesenen Freiheitsjahren 1848 und 1849 die gutsherrliche Oberaufsicht aufgehört hat und jeder schaltet und waltet wie es ihm gerade belieben mag. In Sonderheit, weil die Landgerichte nicht in jedem Bauernholze drauf zu schauen Zeit und Möglichkeit haben, wie es mit der Wirtschaft steht. Was bringt der Wald Er bietet euch 1. Brennholz fürs Haus Jahr aus Jahr ein 2. Bauholz 3. Kleineres Nutzholz für Haus und Ackergerät für Zaun und Einfang 4. Streu an Laub und Nadelholz wenns und wo's Stroh nicht ausreicht oder wegen geringen Getreideausbaues und Futtermangels gar nicht hergenommen werden kann 5. Lohrinde und Harz zum Gewerbsbetriebe und 6. was forstmäßig schlagbares Holz ist allerdings zum Verkaufe Ihr sollt aber vom Walde nicht mehr fordern als er naturgemäß zu leisten imstande ist das heißt ihr sollt nur schlagbares Holz hauen und dies dermaßen schlagweise in Angriff nehmen wie es recht ist und zwar dass 1. Beschädigungen durch Sturmwinde vermieden werden überhaupt schädliche Witterungseinflüsse als raue trockene Winde und Fröste abgehalten werden zweitens dass die natürliche Besamung wohl erfolgen und drittens möglichst die Abfuhr des gehauenen Holzes ohne Nachteil der Waldjugend geschehen kann in welcher Weise dafür zu sorgen sei das weiß ein gescheiter Bauer immer selbst und der wird auch das rechtzeitige Durchforsten verstehen und weiß es nicht so wird ihm ein gelehrter Förster aus der Nachbarschaft gewiss gern zur Hand gehen warum konnten's eure Vorfahren von denen ihr schöne Waldungen ererbt habt und warum solltet ihr es nicht mehr können weil überhaupt gar manche gute Sitte gar manch guter Brauch aus der Bauernwirtschaft verschwunden ist und weil der Wind nicht nur durch eure abgeholzten Waldgründe sondern gar häufig durch Haus und Hof weht und euch samt Weib und Kindern selbst endlich wegblast dass ihr als arme Leute der Gemeinde zur Last fällt was ein Bauern gut wert ist wenn kein Wald dabei ist oder das was einst Wald war nun weder Holz noch Feld ist dies bedarf wohl keiner Erläuterung auch eine sogenannte Kultur die gar alles zu unnutz bringenden Feld und Wiesen Gründen machen will ist eine Narretei oft auch nur eine leere Ausrede damit das Holz abgeschwendet werden könne der Bauer einmal wohl ein hübsch Stück Geld für verkauftes Holz einnehme und in den folgenden Jahren ja für mehr als ein Menschen alter dann so viel wie nichts hat alles Holz kaufen muss und endlich dazu kein Geld hat zwischen Wald und Feld Boden muss aber ein gewisses Gleichgewicht sein und so hat es auch der Schöpfer von Alters her bestimmt und angeordnet für die von Menschen bewohnten Erdstriche nun sind das lauter längst und wohl bekannte Sachen werdet ihr denken aber man kann es euch nicht genug und nicht oft genug wieder vorhalten wie mancher denkt doch ich schlag mein Holz zusammen getan aber die Bäume wachsen nicht so aus dem Boden heraus wie die Schwämmerlinge die wenn's regnet über Nacht dastehen wäre freilich bequemer ob's aber besser wäre daran zweifle ich denn alles will Zeit und Weil haben auf der Welt wäre endlich auch nicht übel wenn uns die gebratenen Tauben ins Maul flögen kurz wie es denn sein soll dürfte wohl der Bauer vor seinem Licht in sein Holz geht ein bissel nach zu schauen jedes mal sein Hütlein abziehen und dem lieben Herrgott ein eigen Dankgebet weihen dass er im Schatten schöner Buchen oder Tannen noch wandeln kann denkt euch nur wenn jeder Waldbesitzer so leichtsinnig und gewissenlos wäre alles Holz alt und jung zu schlagen da sie es wohl hübsch aus auf dem Lande recht luftig und windig und könnte der Sturm so recht mächtig über eure Samenfelder hinwehen und das liebe Vieh könnte in den Stellen auf blankem Boden liegen und mit dem Düngerhaufen sähe es auch gut aus und in den Stubenöfen und auf dem Herde ging's hübsch kühl her und nun ein Bauernlied dem Wald zu ehren du lieber Wald du grünes Laub lass dich in Ehren halten werd gott ließ ja wachsen baum an baum zu unserm nutz und frommen wie schön geht sich's im grünen raum der bleib uns unbenommen die vöglein singen fröhlich auch im walde gott zu ehren als wollten sie den guten brauch den menschen selber lehren es weht der wind manch dürres blatt im herbst von zweig und ästen wir fassens auf als liegerstadt kömmts unserm Vieh zum besten gar schnell ist so ein baum gefällt wenn säg und beil sich rühren wie aber ist der wald bestellt und wird zum guten führen bedenkt es ehr geht daran denn ist ein stamm gefallen so hebt ihn nimmer auf ein mann wer er der stärkst von allen ein bauer der den wald nicht hegt überall die achs lässt schalten bei dem wird bald die not gepflegt an der ist nichts zu halten denn bei dem walde fängt sie an um mit dem haus zu enden zuerst das holz dann alles dran der wert fliegt aus den händen s rollt übern tisch das blanke geld das ist gar bald verschwunden der wind weht übers leere feld der wald ist aus geschunden sie ziehen ab vom vater haus der edelnd schaut zum fenster raus die weil sie gehen die straßen wohin wohin sie wissen's kaum gar etwa nach amerika wohl in der ganzen welt ist raum am besten war's zu hause da zu haus auf diesem lieben fleck den unsere eltern pflügten zu hause dort im stubeneck wo sie uns kinder wiegten drum lieber wald du grünes laub lass dich in ehren halten der habgier werde nie zum raub die soll darin nicht walten ende von abschnitt 22 abschnitt 23 aus bauern abc dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es auf librivox.org gelesen von sonja bauern abc von franz x und y mit den x und y ist eine schlimme sache die weil in unserer muttersprache diese buchstaben nicht zu hause und eigentlich griechischen ursprung sind nun könnte wohl bei dieser gelegenheit vom alten persischen könig xerxes gesprochen werden oder von des heidnischen gelehrten und weltweisen sokrates böser frau der xantipe oder vom chinesischen flusse yang zikyang auch der blaue fluss genannt auch von der altedlen familie der yorks herzogin england wie von dem griechischen geschlechte der ypsilanti und anderem mehr wir wollen aber nicht könnt euch höchstens vom heiligen xaverius erzählen von dem ihr aber bereits hinlänglich aus der legende wisst dass er der apostel der india heißt der sohn eines navarischen edelmannes an den pyrenäen geboren war mit ignatius loyola in paris studierte in dessen orden eintrat im jahre 1540 als missionär nach brasilien 1541 nach indien ging endlich nachdem er zur verbreitung des christentums unendliches geleistet hatte von den wilden erschlagen und im jahre 1622 unter papst benedikt dem 14 heilig gesprochen wurde mögt also bei buchstaben x immer des großen heiligen gedenken und euch ein beispiel daran nehmen was die liebe zu christus dem herrn und zu seiner heiligen lehre einem menschen für macht und kraft gewähre alles zum opfer zu bringen nur in den spiegel schauen und aus scham erröten dass wir oft in dem kleinsten verzagen und in den unbedeutendsten gelegenheiten eine gewaltige erbärmlichkeit zeigen wird unserer pflicht gemäß irgendein opfer gefordert da ist ja meistens das liebe ich oben an und wir haben eine ganz eigene kunst uns selbst wie man zu sagen pflegt ein x für ein u zu machen das heißt x für ein u machen die eigentlich auf gut deutsch gesagt betrüger sind und zwar die feinsten erinnert euch nur wie bei verschiedenen handelsgeschäften oder verträgen gerne ein x für ein u gemacht wird seid also vorsichtig und lasst euch nicht übertölpeln fangt oft einer gar subtil an um euch dran zu kriegen wollen nur einige von den saubern helden bezeichnen x für ein u sind alle die euch um euren alten guten glauben in religionssachen bringen möchten auch alle die sogenannten freiheitsmänner und volksbeglücker die zum beispiel in den jahren 1849 und 1849 allen ehrenwerten bauern goldene berge verhießen und von der freiheit faselten die eigentlich ein jeder mensch oder wie sie es nannten weltbürger von haus aus habe nämlich zu tun was ihm einfällt sich keinem gesetze zu fügen und die derlei allerliebste grundsätze verbreiten wollten ist aber den herrn wie den bauern solche x für ein u macherei oft gar schlecht bekommen x für ein u macher sind auch alle diejenigen juden oder christenjuden die euch anraten eure schönen bauerngüter die ihr von den vätern geerbt habt zu zertrümmern oder ein schönes anwesen zu verkaufen um mit sack und pack weib und kind in das neue weltparadies amerika auszuwandern wo das geld wie die steine auf der gasse zu finden sein soll kurz der x für ein u macher gibt es genug und ist der meister und stuhlherr dieser edlen profession der alte erzlügner der schon adam und eva den ersten menschen als schlange am verbotenen apfelbaume ein x für ein u zu hinterlassen die knoten des gestrickes aufzubeißen was uns aber auch nimmer gelingen könne hätte nicht unser lieber herr gott ein erwarmen gehabt und seinen einzigen sohn als erlöser gesandt lasst euch also in keiner beziehung ein x für ein u machen täuscht und belügt euch auch selber nicht und geht immer den redlichen geraden weg dann mögt ihr solches auch von anderen verlangen Ende von Abschnitt 23 Abschnitt 24 aus Bauern ABC Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox .org Bauern ABC von Franz Graf von Poké Z Die Zeit ist der Kalender des lieben Herrgotts in welchen er seit Erschaffung der Welt in großen Schriftzügen die Geschichte seiner Schöpfung einschreibt Die Zeit ist ein Teil der Ewigkeit die kein Mensch fassen kann nur der Gedanke der Vergangenheit Gegenwart und Zukunft Das heißt die vergängliche Zeit ist uns begreiflich weshalb wir eine Zeitrechnung haben Die Ewigkeit aber ist über alle Rechnung hinaus Die älteste Bemessung der Zeit ist die Beobachtung des Aufgangs und Niedergangs der Sonne Dies ist ja die gewaltige Uhr die seit Anbeginn ihren geregelten unwandelbaren Gang geht und für Millionen und Millionen aufgezogen ist auf das sie wissen jetzt beginnt der Tag und jetzt endet er Ungefähr 400 Jahre vor Christus gab es eine Art Kalender Die Astronomen schrieben nämlich auf Tafeln die Zahl der Tage ein und Beobachtungen der Witterung Erst Julius Cäsar Roms mächtiger Diktator ließ genauere Berechnungen und Einteilungen im Jahre aufstellen und ordnete im Jahre 45 vor christlicher Zeitrechnung im ganzen Römischen Reiche einen Kalender an welcher deshalb der Julianische heißt Bis dahin wurde bei den Römern immer der erste Monatstag der Kalendare hieß daher auch der Name Kalender kömmt durch einen Priester ausgerufen da aber diese Einteilung der Zeit sich als nicht ganz richtig bewährte und die Abweichung im Jahreslauf 13 Tage betrug ließ Papst Gregor der 13 dies berichtigen und durch ihn wurde anno 1582 der christliche gregorianische Kalender eingeführt mit dem Schaltjahre wobei ein Teil der Festtage festbestimmt ward unsere vorfahren die alten deutschen da sie noch heiden waren teilten ihr Jahr in Frühling Sommer und Winter welche sie durch große religiöse Feste feierten und die bezeichnung so mancher unserer wochentage stammt noch daher wie zum beispiel donnerstag von dem germanischen gotte donau freitag von der göttin freia und anderem mehr die zeit ist etwas gar heiliges und erhabenes denn die tat die in einer minute geschehen mag hat oft folgen nach sich welche jahrhunderte dauern bedenk also wohl was du oft in einer minute voll bringst denn das sprichwort jeder augenblick ist kostbar hat seinen guten grund ein augenblick kann dir die hölle erwerben oder den himmel die zeit ist aber auch wunderbar denn es ist ja ein wunder gottes wie in ihr alles zusammen gefügt ist wie eines in das andere geht wie eines aus dem anderen folgt wie sich tausend und tausend jahre gestaltet haben in der zeit alles aber in geordneter reihenfolge und wären wir nicht kurzsichtige wesen so würden wir nichts einen zufall nennen wie es oft geschieht denn alles hängt zusammen in der zeit und im raume daher haltet die zeit heilig und werft auch nicht ein stündlein als unnütz weg ihr könntet euch einst darüber verantworten müssen es gibt aber eine zeit der arbeit und eine zeit fürs ausruhen aber nie eine fürs faulenzen heißt es ja in der bibel vorbildlich für den geschaffenen menschen selbst und und also vollendete gott am siebenten tage der schöpfung seine werke die er machte und ruhte am siebenten tage das war freilich eine art ruhe nicht nach unseren irdischen begriffen es war die im geiste und der befriedigende überblick über das große werk der schöpfung benutzt also auch die zeit der ruhe nachdem ihr eure zeit wohl gebraucht habt gar viele ruhen gar so gern im wirtshaus aus wo wenigstens eine wanduhr hängt auf der sich die zeiteinteilung nach lusten und durstigkeit des ausruhenden einteilt bis endlich der nachtwächter ruft sie ist zeit zum heimgehen oder gar der hahn mit seinem morgengruß an die verplemperte zeit erinnern muss einmal aber kommt ein schlimmer gast und klopft an die stubentür winkt mit dem klapperdürren finger und ruft komm mit es ist zeit solche zeit mahnung kömmt freilich manchem zu früh oder gar unerwartet dass es nämlich mit seiner lebenszeit aus sein soll aber es hilft dann nichts mehr die zeit verwandelt sich in die ewigkeit und das zeitlich versäumte lässt sich nicht mehr nachholen oder einbringen dergleichen nämlich dass die zeit ein heiligtum ist solltet ihr euren kindern frühzeitig beibringen verlorene zeit führt zum müßiggang und dass dieser der erzfeind des guten und intimste kamerad des höllischen ist das wissen wir zur genüge und können die anwendung davon alle tage sehen die engländer haben ein sprichwort welches sagt zeit ist geld nicht übel wenn alles aufs geld hinaus gehen soll wir aber möchten sagen zeit ist gold wie es kein anderes auf der welt gibt in diesem sinn ist zeit geld nämlich eine münze der ewigkeit womit sich ein jeder kaufen kann was er will zur geistlichen reise 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 zehrung ins jenseits und so ist denn dies büchlein mit den buchstaben z geschlossen womit auch das abc zu ende geht lasst euch die zeit nicht geräuen es gelesen zu haben was ist die zeit sie ist ein teil der ewigkeit gebraucht sie gut mit frohem mut dem lieben gott zu ehren was ist die zeit ein becher für den trunk bereit trau süß und sauer trinkt her wie bauer ihm auf den grund zu lehren was ist die zeit sie ist so leid wie freudigkeit doch nichts besteht und alles geht das möget ihr beachten was ist die zeit des lieben herr gotts ehrenkleid gewoben fein aus himmels schein ein wunder zu betrachten was ist die zeit ein bild von der vergänglichkeit drum sammelt schätze solcher art die ihr der ewigkeit bewahrt von anderen müsst ihr scheiden was ist die zeit sie ist des menschen seligkeit wenn er sich für die ewigkeit auch jede stunde heilig weiht in freuden und in leiden ende von abschnitt 24 ende von bauern abc von franz graf von pukki pukki Vielen Dank.